Among us hide and seek Alle netten Leute sind keine zwölfjährigen Zwölfjährige sind nicht nett Also bei deinen CK Charakteren würde ich das sogar zustimmen Ich bin doch König, ich mach was ich will So Wir spielen erstmal hide and seek Ja Weil bin ich Oh, Nino ist direkt im Poster Was ist denn hide and seek Man darf nicht gefunden werden Ja Hab dich Achso, ah, man kann ja mit der Maus Auf den Radius gucken Hätte ich noch nie hide and seek gespielt Ja, ich auch nicht Ich glaub der Modus ist neu Okay, hab ich auch noch nie gespielt Nino, wo bist du eigentlich gespawnt Wenn man das wissen darf Weiß ich nicht Oh, der erste ist tot Ja Einmal, weil wir müssen einmal kennenlernen Ich glaube, dass wir mit so vielen Leuten auch so labbeln können Ist auf jeden Fall interessante Musik hier Ja Die Musik ist echt nice Oh oh Der Imposter kommt näher Man hat oben ja so ne Anzeige Oh, kennt ihr das, wenn man den ganzen Tag nix getrunken hat? Und man dann endlich saufen kann Was? Saufen Saufen Man hat ja oben Man kann als Geist Man hat oben wirklich ne Anzeige, wie nah der Imposter bei einem ist Du kannst ja als Geist übrigens Spiele verfolgen mit so Hotkey Ich bin kein mehr Ich sag's dir nicht, wo die sind Ich weiß, wo die sind Aber nicht, wo ich bin Ne, 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 ne Geil Der Imposter hat sich aus wie so ein Ist das normal, dass es aussieht wie so ein Alien? Ja Das war früher nicht so, oder? Das ist immer normaler Zunge eigentlich Sieht aus wie Venom Oh, ich hab ne Leiche gefunden Das ist jetzt die Frage, ob ich das hätte sagen sollen Das ist uns voll schwer, ich weiß nicht, wo wir sein Ich dachte, du wirst, wo wir sind Uh Ne, aber in 40 Sekunden bekommt er Pings, wo wir sind Hm Und zwar im Intervall von 8 Sekunden und das müssen wir nochmal ne Minute überleben Ist ja schneller als wir Ja Und was heißt diese Anzeige da links? Äh, desto Höher Ist, ist, desto Näher ist der Imposter bei dir Und wenn sie rot blinkt Das ist ja wirklich Closest Game, ne? 15 Sekunden Äh, easy Ne, das schaffst du nicht Ach das Hündchen, guck mal wie arm das Hündchen bei mir liegt Aber Dings muss man nicht machen, ne? Was jetzt? Oh was? Overtime, oder was? Hm, Overtime Du kriegst jetzt Pings, wo der ist Echt krass, ich dachte, wie unfair Ach du Scheiße Naja, wenn der Imposter dann trotzdem so inkompetent ist Waaaaa 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 Nooo 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 20 Sekunden noch Nooo 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 Let's go again Also, der Spielmodus ist geil Ja, ist schon ganz witzig, das stimmt Ey, ich bin Level Up gekommen, geil Ey, den Spielmodus mit 15 Leuten ja da kackst du dich so voll wuhu 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 da läufst du dir nur noch über leichen drüber vor allen dingen ich hab eben die ganze zeit im auswahrs in karte geklickt und nicht auf killen das war voll knapp am hängen das stimmt was ist der hotkey für killen z keybind ist das nicht v oder j oder so killen ist q q stimmt q für quill weißt du doch e und space insta agieren ja aber mit space habe ich eben auch killen können use vent es ist ein poster v ok und neue runde ui 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 stopp mal ich kann mein hündchen streichen ui 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 ok machen wir jetzt mit muten dann machen wir mit muten ok ich brauche noch ich brauche noch dringend ähm da ist das beste versteck aber ich will noch nicht als erster sterben ich bleib mal ein momentchen hier und will noch nicht als erster sterben mal kurz gucken mhm aber das passt soweit ne jawoll ist wir spielen hier verstecken weil wir nur zu dritt sind leute aber hey wir lassen uns den spaß noch nicht verderben alle die mitspielen wollen gerne dazu kommen ja wohl ein kill cooldown das müssen wir gleich unbedingt mal erfragen oi 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 w we oi 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 k oi k k Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2021 Ah, der sieht wahrscheinlich alles, ne? Hart, 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 harte Map, sieht echt unheimlich aus, dieser Alien, ey, da sehen wir mal wenigstens, wie er so rumwollt, sieht echt unheimlich aus, Kameras, ja, keine schlechte Idee, da ist einer. Achso, da wollte er sich tarnen, indem er sich an die hellen Röhren stellt, als Weißer. Das habe ich jetzt auch verstanden, da sieht man den. Hat er ihn doch gesehen, oder? Ja, hat er nicht. Hm, da hat er ihn nicht gesehen. Das war jetzt Hard Overkill. Ja, ich wollte auch noch in den links rein, in den rechts. Ich habe im Game geflogen, wenn er mal irgendwie reinkommen hatte. Ähm, ich glaube, ich setze die Imposter-Vision, ein Stück Winzer. Und auch die Flashlight von dem Imposter, das da einfach nur eine winzige Sicht hat. Ja. Und ich setze die Event-Uses mal auf zwei, mit dem Zeitraum auf sieben Sekunden. Weil dann kann man einmal den Event halt so zum Flüchten benutzen und einmal in der Endphase zum Verstecken. Und können wir machen, dass wir sagen, der Imposter darf reden, also ungemutet bleiben und die anderen halt so psychisch ein bisschen versuchen aufzuziehen? Ja, aus. Ich glaube, das könnte Spaß machen. Jetzt sollt ihr die ganz bösen Dinge aufziehen? Ich glaube, das könnte Spaß machen, indem man so hinter den Herr läuft. Ich krieg dich, ich krieg dich. Da kommt aber ein bisschen der... Ja, ich bekomm dich. Ich finde das schon immer so, ich kriege schon ein paar raus, wenn ich diese Musik höre, wenn die lauter hören. Hä, ich habe keine Musik. Habe ich Among Us auf Stumm? Nee. Oh. Oh, man sollte vielleicht auch in Among Us die... Ach so, ich habe den... Die Sachen... ... falsch gesetzt. Ich mache die Musik aber ein Stückchen, ja, wobei... Ne, lauter machen macht halt keinen Sinn da, ne? Ich habe halt einfach keinen Sound gerade. Ach, du bist so schnell einfach, ne? Alter, ich wollte vorhin noch in den Vent rein, weil du hast da einen frei und auf einmal war ich schon tot. Ich habe keinen Sound von Among Us gerade. Das ist so wichtig, weil er sagt ja, wo der Impostor ist. Wenn der lauter wird, ist er da. Dann ist es fast schon zu spät. Das ist richtig. So, jetzt kann ich mich auf jeden Minuten, Leute. Jetzt müsst ihr das wieder passen. So, okay, dann Start. Ja, ich habe keinen Sound. Okay. Hier, meine kleinen Schnitzel, seid ihr bereit? Oha. Hallo, Antworten! Ja, man kann sich auch... Ja, 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 man sieht auf jeden Fall wenig, das ist schon mal ganz gut. In einer Ecke kann man sich auf jeden Fall stecken, dann gucken wir mal, ob er uns sieht, wenn er uns vorbeigeht. So, ich muss hier mal wieder ein bisschen gucken. Dass ich hier ein bisschen mein Licht umstelle, wenn ich nicht der Killer bin und wenn ich der Killer bin, das finde ich mal sehr, sehr cool. Okay, wir warten mal, bis wir ihn hören und dann versuchen wir mal zu spekulieren, aus welcher Seite er kommt und woher er rüber geht. Bin ich mal sehr gespannt. Boah, das verweckt mich. Hey, wo seid ihr? Ich bin in der Cafeteria, warte auf mein Essen, ihr seid nicht hier. Ich bin jetzt nicht in Ordnung. Aber dann ist er da. Nein! Nein! Ach, da war ich schneller als du. Hui, hui, hui. Ich die Rolle. Muss eigentlich verseilen. Dann springt man nach. Ist hier eine Aufgabe, die ich machen muss? Ohoho! Ah, come on. Komm raus da! Ja, Feigling. Oh nein! Oh nein! Splash Dash! Hier sieht er mich. Ich muss irgendwas machen, aber ich will eben so Schiss von ihm. Ja, sehr gut, wir laufen in der Schwerung. Okay. Ich habe übergrenzte Wände. Strom umleiten. Das machen wir. Das schaffen wir immer. Ey, komisch, dass man das immer schafft. So, wo könnte er langgelaufen sein? Irgendwo. Oh, da kriegt man. Ich bin der beste Verstecker der Welt. Ich glaube, wir rennen mal wieder in die andere Richtung. Rutsche leeren. Oh, du. Wir müssen nur sein Bewegungsradius abpassen. Und herausfinden, wo er wann ist. Das ist alles. Oh, dieses Spiel. Ich bin so angespannt. Wahrscheinlich jetzt hier. Ich muss noch ein Auto. Oh, shit. Ach, kommt schon. Alter, wie knapp war das am Ende, ey. Du hast mich selber erschreckt. Ach, ich kann jetzt selber mich entziehen. Ja, ich bin nicht so ganz damit gerechnet, dass du da oben bist. Ja, natürlich. Da ist keine Kamera davon nicht durch. Aber krass, nachdem ich tot war, ich konnte ja mit dem mitfliegen. Die 60 ist wohl sehr eingeschränkt jetzt, weil... Aber das ist gut. ... so nah an anderen lang gelaufen, das sieht richtig geil aus von außen, ey. Aber das sieht aus, das war immer sehr gut. Ich habe mich einmal, einer ist mir entgegen gelaufen, den habe ich deswegen nur getötet. Oh, diese Musik, die schafft mich. Ähm, mag mich jemand, äh, mag mir jemand kurz... Boah, aber wieder rausgeflogen. Bin auch gerade rausgeflogen. Bin auch gerade rausgeflogen. Achso. New Lobby, please. Äh. Er macht auf. Ja, ich kann gerne aufmachen. Ich weiß nur nicht mehr, wie das ging. Wo ist ein neues Spiel? Anfänger, was? Weil bei mir ist irgendwie immer noch kein Sound. Ach, Versteckspiel ist an. Anfänger, Korscher. Und wir wollen wieder... ... Discount. Maximal 15 Spieler. Chat. Sprache, wähle ich natürlich Deutsch. Und mit 15 wäre das super. Boah, steht eigentlich bei der Sailor Kings Multiplayer-Event. Was meinst du damit? Oh. Und dann ist es wie. Äh, wie, wie, wie teile ich das Spiel nochmal? Ich weiß, dass ich das mal konnte. Ach, zum Kopieren klicken. Geht das so? Geht das... So. Und dann so. Among Us unterstütze Spieleinlagen. Ach hier, okay. Äh, Kords und Einleitungen, Among Us zu spielen. So geht das. Geil. Boah, Leute, ich bin so ein Computer-Crack. Und das muss ich auf jeden Fall ändern. Ja. Ja, was hab ich denn hier geschafft? So, den packe ich trotzdem noch unten rein. Ähm. Ne, ich krieg keinen Ton in Among Us. Ja, du bist nur wild, oder? Muss ich hier eben noch ändern. Among Us. So, ähm, muss ich hier irgendwas einstellen, ja, ne? Das Geld, Verräterwahl, äh, Versteck dauert 200 Sekunden, dauert das Finale Versteck 50 Sekunden, Nameanzeigen? Ähm, ja, ich hatte, ähm, 300 Sekunden und Finale Halbzeit auf 30 Sekunden. Okay, und Besatzungssicht hattest du gerade auf? Ja, hatte ich, ähm, Moment, wo ist die da? Ähm, so mit Vision hatte ich ein bisschen niedriger. Ach, niedriger? Besatzungssicht? Ich glaube, ich hatte die auf 5. Ja. Verräteransicht auf 3. Ähm, ja, die hatte ich, glaube ich, gerade zum Schluss nochmal geringer. Äh, Playerspeed auf 1,25. Ja. Ähm, ja, dann halt die Hiding-Time und die Final-Hide-Time hatte ich anders. Ping-Intervall, 8 Sekunden, 10 Sekunden hattest du, ne? 10 Sekunden, äh, schon Name's-Off. Ähm, Final-Hide Imposter-Speed hatte ich auf 1,1 nur. Final-Hide, äh, 1, ne? 1,15? Ne, 1,1. Okay. Äh, Imposter-Flashlight-Size. Das habe ich schon drunter gestellt. Äh, Max-Vend, also maximale-Vend. Using 2. Hatte ich 2, maximale-Time hatte ich auf 8. Boah, die haben ja auch den Arsch gerettet. Maximale-Time hatte ich auf 8. Okay, weil du vorhin dachtest, hättest du dir auf 10 hochgestellt. Alles klar. Ne, äh, nicht den Ping-Intervall, den Time-Vend. Ah, okay, 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 auf 8. Ja, und das auf 10 dann. Hm, okay, jetzt hab ich's. Alles klar. Okay, dann, äh, start, ne? Ja. Go, go, pussy Rangers. Miau, 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 miau. Go, go, Power Rangers. Ich hab mir als kleiner Junge mal Bauer-Rangas gewünscht. Bauer-Rangas? Bauer-Rangas. Ah, ha, ha, ha. Das ist Slipdash. Das ist der Verräter. Oh, diese Map schafft mich, ey, Leute. Ey, diese Map, die macht mich fertig. Nein, Slipdash ist tot. Ich will mit einem von euch rumlaufen, Leute. Warte. Ich hab Hunger. Wo seid ihr? Ja, was ist das denn für ein Scheiß? Wir wurden gepinkt, äh, rausgekickt. Von mir nicht. Ich hab gewonnen. Ich bin rausgeschmissen. Ich auch. Achiebung. Was ist das? Warum? Was? Aber, wie kann das sein? Aber die Lobby ist noch da, oder? Oder wieder da? Ist immer noch da, ja? Ich wurde nicht rausgeschmissen. Ey, ich kann mich aber nicht mehr steuern. Was ist das denn jetzt? Und wie gehackt? Ist wieder raus. Ist wieder rausgegangen? Achso, ich bin noch gemutet, ne? Ey, soll ich nicht sagen, noch? Ah, jetzt so. Ja. Also, ich hab nichts gemacht. Ich hab euch nicht gekickt, oder so? Ich bin einfach irgendwie rausgeschmissen worden. Äh, wo bin ich denn eigentlich? Sieht man das irgendwo? Ob ich, ähm, Europa bin, oder? Russland? Server? Äh, nur wenn du auf Online drückst, glaub ich. Okay. Du musst einfach wieder lieben, ja. Kommt ihr? Wölf hier. Hallo, Wölf hier. Hallo. Aber in Russland wär's, könntest du gar nicht mit uns spielen, glaub ich. Äh, Wolf ist noch, äh, gemutet. Wahrscheinlich hat er hier wieder irgendwas gemacht. Also, nicht, dass... Ich hab die Bombe gezündet. Ich hab die Bombe gezündet. Ich hab mir das einfach zu. Ach Mann, ey, ich wollte doch einfach nur euch aufessen. Ja. Ich würd auch mal gern Killer sein. Einmal. Ich glaub, hier macht das sogar noch mehr Bock als im normalen Modus, weil du da nicht so Panik kriegst, wenn... Äh, äh, wenn Meeting ist. Das ist so heftig, ey. Warte mal, ich schau mal grad hier, ob... In den vielen Chats, in denen ich, äh, um Hilfe gerufen habe, jemand geantwortet hat. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Nee, nee, nee. Äh. Ähm. Ja, was man natürlich noch hat, habt ihr Stellaris? Wenn jetzt hier gar keiner mehr kommt? Tatsächlich hab ich Stellaris. Hast du auch den Star Wars Mod? Wie ist das? Nee. Hallo, nein, 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 den dürfen wir erst spielen, wenn er so eventuell ist. Ah, okay, okay, okay. Das ist ja, ja, Schiro. Okay, okay, okay. Ich dachte, weißt du, wenn ich mir überlegt hab dann, weil ich gerade bei Stellaris die Terranische Union, nee, nicht Union, sondern diese Föderation da, dieses nette Terranische von der Erde aus. Ja. Ähm. Dass ich dann die, äh, dass ich dann Koros dann spiele. Oh, nice, ja. Ja, pack auf. Aber so nett, weißt du? Ich hab überlegt, ob ich trotzdem das Sith Empire spiele. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, weil die Ressourcen waren schon hart eklig. Also du hast ja gar nichts gehabt. Das war schon hart. Ja, du musst wahrscheinlich expansieren. Okay, dann wollen wir, ähm, ich kann gar nicht starten. Ja, weil einer noch fehlt. Achso. Wer fehlt denn jetzt? Ne, so ist das. Sie selber. Ah ja, okay. Es wird mir hier angezeigt, dass du dem Spiel über, Dings beitrittst, Discord. Ja, spannend. Aha. Sehr, sehr sponend. Sehr, sehr sponend. Wollen wir mal sehen, ob wir das hier hinbekommen. Oho, ich brauche mich nicht muten. Dann wollen wir mal sehen. Ich bin der Verräter. Wo seid ihr? Achso, ich sterbe noch. Und jetzt werde ich hier sehen. Boah. Nice Animation. Aber mit Hut. Achso, ich sehe gar nichts alles. Oh, okay. Ich sehe wirklich ein kleines Lichtfeld. So, hier verstecke ich mich gerne. Höre ich euch auch, wenn ich in der Nähe von euch bin? Das weiß ich noch nicht. Ich dachte, ich sehe alles. Hallo, mein Chefchen. Lecker. Mnomm, nomm, nomm, nomm. Oh, wen finde ich jetzt? Wo seid ihr? Kommt heraus. Ah. Komm zu mir. Komm zu mir. Ich weiß, wo du bist. Mnomm, lecker. Mnomm, Suche. Kann ich hier machen? Ah, in Cafeteria bist du, hä? Wollen wir mal gucken, wo du steckst. Komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus. Ich finde dir. Kannst dich nicht verstärken. Warum rede ich mit diesem Akzent? Ich weiß nicht. Hier bist du. Warum? Aber hier wirst du mir gar nicht gezeigt an. Warum bist du hier? Was ist das? Warum wirst du mir angezeigt? Hier, aber bist du nicht hier. Das dauert doch Sekunden, bis du hier rauskommen musst. Hm. Naja, laufen wir nochmal rum. Ist irreführend, diese Gatte. Gucken wir mal. Komm raus. Ah, mnomm, mnomm, jetzt sind wir nochmal kurz hier. Deinen Freund, den ich habe auch gegessen. Hey, aber wie wirst du mir hier angezeigt, wenn du hier gar nicht bist? Man muss ändern, seine Weglaufrichtung. Immer wieder. Man muss berechenbar sein. Obwohl, man muss auch gucken, überall einmal. Ah, jetzt bin ich erschreckt vor dieser Leiche, die ich verursacht habe. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Aber hier habe ich doch auch getötet einen. Ist es schwierig? Ist es schwierig? Wo seid ihr? Hm, wo könnte es sein? Sehr merkwudig. Warum wird mir hier angezeigt, dass hier einer ist? Ja. Äh, ist ich sehr merkwudig. Aha. Gib mir ping. Ich habe keine Ahnung, was ich bin an ihm vorbeigelaufen. Ich habe keine Ahnung, was ich bin an ihm vorbeigelaufen. Ist das geisteskrank. Alter. Das war unglaublich. Ich glaube, diese Sicht ist entleidend. Nein, aber habt ihr, das war schlägt, war so ekelhaft, oder? Ja, ich habe es gesehen, ey. Aber da wurde mir auch nicht mal angezeigt. Kill wurde mir nicht mal angezeigt. Wir müssen auf jeden Fall die Verräter sich damit hin. Aber ich habe halt auch, du bist dreimal mehr vorbeigelaufen, weil ich mich halt richtig assig versteckt habe. Ja. Du warst da oben im Antriebsraum irgendwo, ne? Ja, aber links in der Ecke. Ganz oben links in der Ecke. Ja, aber. Ich kann jetzt das mal zeigen. Das war schon hart. Aber ist doch... Der stand quasi in der Maschine drin. Was? Hä? Aber da hätten mir doch einen Kill-Button angezeigt werden müssen, oder nicht? Du warst zu weit weg. Genau. Am Ende dachte ich dann auch mal, da gucke ich mal in die Ecke. Am Ende musste ich halt laufen, weil dann kommen mir die ganzen Pings. Und dann bin ich halt nur noch gelaufen, gelaufen, immer von der Musik weg. Und dann bin ich fast nicht reingelaufen am Ende noch. Hätte ich denen gegenlaufen müssen. Ah, egal. So wird man immer schneller. Finales Verstecken Verräter-Tempo. Ach, da bin ich auch noch schneller. Maximale Zeit im Schacht. Das haben wir. Maximale Schachtbenutzung. Taschenlampengröße für Verräter. Wo war denn jetzt die Verräter-Sicht? Die wollte ich ein bisschen... Aber meinst du wirklich? Ja, also mit der Sicht, dass das wirklich ein Problem ist? Boah, ich fand das so schlimm gerade. Also ich würde es gerne mal mit der Sicht ausprobieren, wenn ich Verräter bin. Aber das Ding ist halt, wir hatten halt einmal jetzt, dass die Überleben gewonnen haben. Das hat ja immer der Dings gewonnen. Ähm, sonst setzt mich nochmal auf... Äh, sonst setzt die Impostervision nochmal runter und setzt mich mal beim Imposter halt rein, dass ich auf jeden Fall Imposter werde. Ich würde das gerne mal ausprobieren mit der Sicht. Okay, wie mache ich die... Wie setzt die Verräter-Wahl... Achso, Doktor... Da... Da... Da ist Doktor Wolf. So. Ja, und dann die Impostervision nochmal wird so runter. Besatzungssicht... Ein bisschen höher, Verräter-Sicht auf 3 und Taschenlampen... Ja, Besatzungssicht war auf 5. Also 0,5. Ich hab hier voll rumgeschrien, ich hab das voll richtig geil, was gerade passiert ist. Richtig viel, das war... Taschenlampengröße für Verräter. Ich verstehe halt nicht, warum hab ich keinen... Gottverdammten... Sound. Aber Freunde... Vielleicht in einem Mod oder so? Nein, nein, nein. Ich finde euch. Ich bin doch ganz lieb. Oh ja. Oh nein. Ich glaub, ich hab einen Schlaganfall. Ich bin umgekippt. Ich setz'n Eier auf'm Kopf. Freunde, wo seid ihr? Na? Oh, wen haben wir denn da? Och. Warum wendest du denn weg? Das ist nicht fair. Hallo, Freunde, wo seid ihr? Muss keiner ein Mad Base-Scan machen? Warte. Guck mal doch mal auf der Kamera, wo ihr seid. Oh, Nino. Da vorne. Oh, wen haben wir denn da? Och Mann, ihr seid doch alle blöd. So find ich kein. Ich will essen. Gib mir Essen. Genießt ihr was. Ich brauch Essen. Oh, ein bisschen zu sehr. Hallo. Das war lecker. Oh, da ist der Nächste. Oh, jetzt haben wir nur noch einen. Ja, das bin ich. Na, wo bist du? Ach, was? Das geht? Über die Entfernung kann man killen? Ich dachte, da wär ich sicher, ey. Ich stand doch in dir. Du standst auf der anderen Seite. Ich stand in dir. Das war so praktisch von mir gedacht. Ich verstand aber am Anfang auch schon in der Wettbälle, aber du hast mir aber nicht gesehen. Ja. Wie fandst du die Sicht? Ja, ich mein, du hast es alle gefunden. Also, ich fand die Sicht eigentlich ganz angemessen. Ich fand es auch angenehm. Also, ich fand es halt, es macht es halt fair so. Ja, vor allem dadurch haben die Crewmates halt mal die Möglichkeit zu gewinnen. Aber du kannst, glaube ich, die Kill-Distanz doch auf Nier oder so stellen. Dann hast du nicht so Teleporter-Kills. Hier ist ja schon auf Short. Ja, okay. Am Anfang sind wir ineinander gelaufen, oder durcheinander gelaufen, ey. Ich dachte, ich bin direkt schon tot. Du musst ja noch einstellen. Ja, ich weiß, da hab ich... Ja, ich weiß, da hab ich... Ja, da hab ich halt nicht cool schnell genug gedrückt bekommen. Ich glaube, wenn ich nächstes Mal der Böse bin, dann renne ich einfach einen hinterher und töte den die ganze Zeit nicht in der Richtung. Problem ist, du verlierst die bei der Sichtweite halt auch recht schnell. Ja, ja, das ist... Ich bin gespannt. Hab ich jetzt nicht gesehen, wie die Kill-Distanz war, aber... Technik-Ups. Ach, diese Musik ist aber auch heftig, ey. Genis. Ich stelle nämlich auch gerne Penisfisch. Leute, hier ist jemand umgefallen. Ich weiß nicht, ob es so gut geht. Oh Gott, ich glaube, ich sollte gehen. Ach, ich brauch mich doch nicht erschrecken, Mann. Das sind doch... Wo ist mein Snickers? Wo ist mein Snickers? Hier mein Snickers? Und die Aufgaben hier? Antriebladen. Ah, ich wusste, ich wusste, dass du was tun wirst. Verdictchen, würd ich sagen. Geht sofort raus und weg. Raus und weg. Das ist der Trick. Raus und weg. Was gibt's für eine Aufgabe? Was soll das hier? Das gefällt mir aber nicht. So, wo ist der Letzte, hä? Alles die besseren Killer als ich, ey. Ja, da muss man sich die aufheben. Die Pinks. Für die Pinkzeit. Äh, Pinkzeit? Ja, doch. Das ist ja nicht die Pinkzeit. Ah, der ist weit weg. Hä? Das macht einen Irre dann. Gerade auf dieser Map, dann rennt der eine nämlich einfach rum. Ja, kriegt er den wohl? Nein! Nein! Oh, du bist so dumm! Auf den letzten Sekunden. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Oh, da kann mir so ein Schwätz sein. Oh, Gott. Ich dachte, okay, die Runde ist durch und dann... Alter, ich bin nur gelaufen, ey, scheiße. Oh, der ist ja belastend. Ah, belastend. Ja, belastend. Aber ich dachte auch, jetzt diesmal schaffst du es nicht. Noch wegzukommen. Holy... Na komm, eine machen wir auf jeden Fall noch und dann schauen wir nochmal. Oh, mein Herz. Oh nein! Der Pico! Ja, ich werde verrückt! Der hat ja hier das am meisten genießt. Das hat man so richtig rausgeholt beim letzten Mal. So, die Taktik ist jetzt auf jeden Fall... Mario, wie meinst du das? Wo kommst denn du da rauf? Wo ist mein Lasagnienfleisch? Ich hab Bock auf Lasagne! Der geht immer erst nach links. Hallo? Lasagne? Lasagne, wo bist du? Hm. Irgendwie finde ich keine Lasagne. Lasagnefleisch? Hallo? Manu, ich hab Hunger. Hm, da seid ihr. Oh, Nino. Das war dumm. Ich hab das erste Bisschen für meine Lasagne gefunden. Ja, wo ist der? Och. Ich glaub der kommt von da. Hier bin ich sicher. Wo ist mein Fleisch? Da bin ich auf jeden Fall sicher. Das hat noch nicht gereicht für die Lasagne. Ein bisschen Gulasch würde ich auch noch gerne machen. Hm. Da ist der Rest für die Lasagne gewesen. Und jetzt muss ich mir noch das Gulasch abholen. Das bin ich. Ich bin das Gulasch. Oh, das Gulasch ist Low Engine. Upper Engine. Cafeteria. Er kommt noch. Immer noch in der Cafeteria. Hallo. Hallo Gulasch. Wie kriegt der mich denn immer? Alter, wie du einen immer kriegst, ey. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Man denkt, man ist weit genug genug weg und dann killt der einen auf einmal. Oh, nee. Oh, nee. Was ich auch nicht ganz verstehe, das dauert ja echt bis man im Van drinne ist. Eigentlich hab ich schon nächstes auf Van gedrückt und dann mag ich mich trotzdem mal gekillt. Ja, der Vent ist bei mir gerade aufgegangen und dann hab ich dich abgestochen. So, Mann. Ich dachte, wir haben einen Pakt gemacht, dass du mich nicht gehörst. Hä, ich dachte, wir haben einen Pakt gemacht. Ich wollte Lasagne und Gulasch, also. Ich möchte aber nicht dein Pferd sein für deine Lasagne, ey. Keine Sorge, ich mach Lasagne mit Rinder und Schweinefleisch. Ich hoffe, ich hab geschmeckt. Ich kann's dir jetzt aussuchen, ob du das Rind oder das Schwein warst. Ich hab gerade übrigens, Matta, ich hab das gerade nochmal geklippt, ne. Es war wirklich bei null, hab ich den Kill gemacht gerade. Oh, als ob. Ja, wirklich. Oh, scheiße. Aber das Gulasch zum Ende hat gut geschmeckt. Ich hab hier im Stream auch gerufen, ich bin das Gulasch, er meint mich. Das Lustige ist halt, sobald es halt nur noch einer lebt, und ich bin durchgehend mit der offenen Karte rumgerannt. Ja, ja. Aber die Kills bei dir, die hauen mich immer um. Also da denk ich wirklich immer, ich bin weg und dann auf einmal sterbe ich. Geht's da noch ne kürzere Killdistanz? Nein, das ist der Ping halt. Was habt ihr für einen Ping? 12 hatte ich jetzt. Jetzt hab ich gerade 29, aber ich meine, ich hatte gerade 12. 14. Ja, ich glaub, das liegt halt am Ping, weil ich hab nen 9er Ping. Durchgehend. Jetzt hab ich 18, jetzt bin ich volljährig. Oh. Ja, einen noch, oder was? Oder habt ihr noch ne Idee, hat sich bei euch einer gemeldet, Leute? Bei mir hat sich niemand gemeldet. Bei mir hat sich niemand gemeldet. Und sind alle am Karnevalfeuer, ne? Ah, eh klar. Da sind wir dabei, das ist prima. Die andere Idee wäre natürlich gerade noch gewesen, dass man danach ein bisschen Stellaris tockt, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh. 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 Okay. So. Oh, ich hab Bauch. Oh nein. Matza, du bist umgekippt. Es ist kein Bauch. Es ist ein Nein. Es ist ein Alien. Alter, da braucht ihr ja keine Sorge haben bei mir. Ich bin der schlechteste Killer der Welt. So, hier mit. Und hier, und hier. Klingt mir die Map jetzt gar nix grad. So. Ich finde euch ja da. Ich finde euch ja da. Ich finde euch ja da. Ach der. Ich finde euch ja da. Ich finde euch ja da. Ich finde euch ja da. Nummer zwei. Oh, Wolfi. Oh, Wolfi. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Bist du in O2? Hallo. Komm raus. Komm raus. So. Dann beginnt die Jagd. Ja. Nein. Komm her. Ja. 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 Habe ich alle erwischt. Ey, ey. Das war wichtig für mein Ego. Ja, glaube ich. Also gut. Dann einigen wir uns darauf, als ich euch eben nicht alle gekriegt habe. Darf es da an diesem fiesen Verstecktrick. Das ist wichtig für mich. Jetzt kann ich alles auf diesem fiesen Verstecktrick tun. Ja, der war schon echt gut, ey. Ja, vor allem ich war auch mehrmals drin, aber sogar auf die Karte geguckt habe. Ja. Okay. Ja, die Katz hat dich nicht angelogen. Ja, das wenden, wenn man weiß so, wie es geht. Dann geht's los. Okay. Slapdash. Mr. Killer. Na. Hey Leute, kommt mal. Kommt mal. Leute, Slapdash. Was ist mit Slapdash? Hallöchen. Du musst dich erst mal muten, Kollege, ne? Dich kill ich jetzt als erstes, wenn ich dich finde. Ich hab nicht mal mitbekommen, dass wir schon gestartet haben. 80 Minuten hab ich gesagt. Du die Schnauze, von dir lass ich mir gar nichts sagen. Von jemandem, der seinen Maul so weit aufreißt. Ja, und mit der langen Zunge vor allen Dingen, ne? Die werde ich dir aber ganz anders ins Ohr rein, ist ja auch egal. Hallöchen, wo seid ihr denn? Also Hunger hätte schon, ne? Also ich hab jetzt lange nichts mehr gegessen. Aber dafür muss ich euch erst finden. Hm, ist da einer drin? Hallo? Nee? Nee, doch nicht. Da ist auch keiner. Da hab ich doch mein erstes Fresschen hier. Lecker, lecker, lecker. Junge, 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 Junge. Ah, ha ha ha. Uiuiui. Schmeckli schmeckt. Mist. Mhm, 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 mhm. Wie wir gelernt haben, schön in die Ecken reingucken, ne? Ja, ja, lass dir mal Zeit. Oh nein! Hat die getötet. Da ist keiner. Und ich muss trotzdem den Müll rausbringen, auch wenn eine Mörderbestie mich jagt. Gehen wir wieder hier lang? Wir haben noch einen Vent. Die kommen. Ob meine Cafeteria. Es klippt Essen hier. Mark, wo bist du? Ah, da ist jemand. Okay. 〈Wa√〈Wa√〈Wa∌〉 Guter, du brauchst da. Ja, was nicht vor jetzt? Ja, ja, das war gut, nein, wo ist der Letzte, nein, 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 ja, nein, 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 Ja, sehr gut, du machst das Wasser, uh, 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 da, da bin ich da reingelaufen, da ist schon interessant, man sieht's wirklich nicht viel, aber wenn man einen gesehen hat, dann rennt man, versucht man gleichzeitig hinter dem Herz zu rennen und eine Taste auf Kuh immer zu haben, oder? weil man kann nichts mehr sehen, weil man die ganze Zeit mit der Maus draufklickt. Oder was ist da eure Strategie? Ähm, ja. Ja, alles klar. So kann man es nennen, ja. Okay. Komm, noch eine Runde. Eine, 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 eine. Eine geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Oh, oh. Ich will aber auch nicht dein Pferd sein. Schreit, ich... Hey, hey, was ist denn mit Delta los? Oh nein, er ist ein Monster. Ich habe einen Boa, wenn wir ihn gegessen. Kommt aus meinem Mund raus. Hey, man kann hier dieses Ding gut nutzen. Uiuiui. Der erstes Mal, nein. Ich möchte mehr. Mehr. Jetzt wird es aber Zeit, Kniegas zu geben, oder? Oder? Hm. Da ist der irgendwo, ey. Unglaublich. Also ich habe den Trick raus. Oh, ich... Ich habe schon ein Ei gekocht. Oh, da ist er tot. Oh, da ist er tot. Und wenn, dann von da unten. So kann er nicht sterben? Hä? Hä? So kann der Kuh. Was? Wo warst du denn? Hä? Wo warst du denn? Ich war doch schon aus dem... Ich war schon in Electric raus. Ich war schon... Was, den halben Electric habe ich durch den Herzen gehabt? Ich habe jetzt mal gesprungen, keine Ahnung, was das war... Was war denn jetzt los? Bei mir warst du in Madbay und ich habe dich in Madbay getötet. Ja, ja, ich habe... Ich habe dich noch irgendwie da gesehen, aber ich war schon... Also ihr könnt ihr gerne bei mir im Stream nachschauen, aber ich... Es war irgendwie ein Deal, ey. Keine Ahnung, was es war. Bei mir warst du halt auch noch in Madbay eine ganze Zeit. Ja, es war irgendwie ein Delay, keine Ahnung. Also das Kiel hat auch immer nicht funktioniert und dann ist das Server abgeschmiert. Wacktoy ist einfach eine scheiß Aufgabe, ey. Okay, das ist ein Zeichen, glaube ich. Äh, what now? Ja, wollt ihr noch mehr? Haut ihr es raus, habe ich noch eine andere Idee? Ich bin ja einfach dafür, wir spielen eine Runde... Äh, Gartic Phone. Oh! Oh. Oh. Aber ich würde mir mal ganz kurz erst ein Stück Wasser holen. Dr. Wolf hat das Spiel schon verlassen, das ist doch mal eine Aussage. Ganz kurz weg, bis gleich. Aber für was? Ja, weiß nicht, habt ihr Bock auf Gartic Phone? Aber wir, ich muss ganz ehrlich sagen, wir kriegen hier heute nicht die Spielerzahl zusammen. Wir bräuchten jetzt noch einen Spieler, damit wir, ähm, fünf wären. Hi, Austria Gamer, hast du Bock auf Among Us? Wir brauchen noch dringend einen Spieler, sonst müssen wir es hier jetzt beenden. Ähm, geht nicht anders. Mir geht es natürlich sehr gut. Immer wieder schön, wenn du mal wieder reinschaust und mal Hallo sagst. Hm. Ja. Machen wir Gartic, oder? Ich habe es nicht. Ja. Ich bin nicht dabei. Wie seht ihr das? Seid ihr dabei? Hm. Nee. Boah. Ja, weniger. Boah, irgendwie habe ich auch keine Lust. Habt ihr einen anderen Vorschlag, nenn? Da habt ihr gar keinen Bock mehr. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt raus. Ja. Ja, okay. Dann, äh, ist doch klar, was wir jetzt machen, oder? Eine Runde Stellaris zocken. Dann zocken wir jetzt noch eine Runde Stellaris. Viel Spaß. Jo, danke euch. Und, äh, ja, schön. Wäre schön, vielleicht kriegen wir mal irgendwann mehr zusammen. Ähm, dann, äh, komme ich auf jeden Fall auf euch zurück. Ja, gerne, gerne. Ciao, ciao. 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 So, ich will mal eben hier beim Ändern, du kannst gerne schon mal ein Spiel aufmachen, es sei denn, du musst bei dir auch noch was ändern. Hm, nö. Ja, ich kenne das Gefühl, ich habe gestern, also, ich habe eigentlich auch vor allem Sonntag so ein bisschen Community, aber es ist halt das Schwierige, dann noch Leute zusammenzukriegen, aber vor allem, wenn man noch so mini ist. Ja, ich, und vor allem, man denkt ja selber, ähm, man denkt ja selber so, ähm, ja, und was irgendwann, wenn du zu viele Leute hast, aber das passiert ja auch irgendwie nicht, ne? Das ist ja so, dass du dich jetzt schon mal darauf vorbereitest, was, wenn du zu viele Leute hast, dann musst du Mechanismen schon mal schaffen, dass das funktioniert und so, ne? Ich meine, gut, ich hatte es mal, da habe ich Sea of Seas Leute mal gesucht, da war dann mehr da als, äh, das ist ja auch schnell voll mit vier Leuten, ne? Hm. Ah, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, manchmal rede ich ja ein bisschen wir. Ähm. Ja, ich finde, wir müssen, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich finde, wir müssen jetzt sehen, dass wir diese Möglichkeit nutzen, dass wir jetzt gerade so viele Connections zueinander aufgebaut haben. Auf jeden Fall. Ich habe auch eigentlich mehr Spaß daran, also, ich merke das auch. Crusader Kings und Stellaris, habe ich jetzt auch so solo gestreamt und so, ist nicht dasselbe irgendwie. Also, die beiden Games machen so viel mehr Spaß, als wenn du anderen Leuten spielst. Auf jeden Fall. Hey, Beshi. Moin, moin. Ja, Beshi, äh, jetzt zu spät für Mongas, tut mir leid, ich weiß, du... Oh, er kann, er kann auch, er kann Stellaris mitspielen. Ja, Beshi will sogar, hat sogar angehakt. Beshi, hast du Bock auf Stellaris, wir machen auf. Boah. Ja. Solche Spiele sind auch für Multiplayer gemacht, hast du absolut recht. Äh... Soll ich mal hosten? Ja, hoste. Oder willst du? Nee, hoste du mal. Ich dachte mal. Boah, ich muss gleich mal bei der Nase putzen, glaube ich. Ja, gute Idee. Du hast meine Erlaubnis hin, das brauchst. Ja, äh, dann macht Beshi ja noch mit, cool. Und ich muss hier noch was ändern. So eine Mongas zu Stellaris. Was, äh, was da jetzt zu davon, ich hab mir jetzt überlegt, ähm, wenn ich ausmache, dass ich dann immer noch so eine halbe Stunde nochmal Just Chatting mache. Gut, ne? Achso, du hältst hier ein Tüchlein. Ähm, wollen wir bei Mongas bleiben oder zu einfach? Achso, also mir geht's. Nee, du kannst ruhig. Äh, ich renne auch nicht weg. Ähm, ja, mach das ruhig. Okay, du bleibst. Ähm. Achso, jetzt muss ich hier natürlich erstmal auch Stellaris öffnen. Und dann darf ich gleich nicht vergessen, bei OBS das zu ändern, damit man auch das Spiel sieht. So, so. Ach, Stellaris ist schon nett. Warte mal, hat, also Paradox-Spiele holen einen so gut ins Feeling irgendwie rein, finde ich, oder? Mhm. Ach, wir müssen jetzt wieder Multiplayer machen, oder was? Nee, warte, ich schick dir mal, ich schick dir mal eben... Shop-übergreifender Mehrspieler, und muss, nee, müssen wir gar nicht machen, ne? Komm, Bessi, und, äh, Discord-Reit? Ja. Auf jeden Fall, wir machen wieder für alle auf, ne? Ich hab aber auch die Server-ID, auch nur diese komische, wie letztes Mal du hattest. Wahrscheinlich müssen wir wieder Multi-Shop-übergreifenden Mehrspieler-Modus, oder, Bessi? Mahlzeit. Die alle DLC? Hi. Nee, haben wir nicht. So, wir gehen jetzt auf Stellaris, Leute. Wir spielen hier geiles Stellaris. Geiles Stellaris. Geiles Stellaris. Ich muss meinen Stream-O-Beh nennen. Ich hab alle DLCs, wir können gerne hosten. Ja, gut, wenn du alle hast. Ist das wie bei, äh, Crusader Kings, dass man nicht alle haben muss, um teilzunehmen? Ist bei allen Paradox-Spielen so. Ah, ist ja super geil. Einer muss alle DLCs haben, der Rest kriegt die dann alles zur Verfügung. Boah, ey, Paradox hat, die wissen schon, wie man, wie man, wie man, wie man es macht. Aber da müssen wir den Shop-übergreifenden Mehrspieler-Modus starten, oder? Was man auch machen kann, das funktioniert allerdings nur bei Stellaris, ähm, beispielsweise, ich mach dir ein Multi-Player-Spiel auf, wähle Doomsday als Origin, und dann explodier ich einfach nach 30 Jahren. Und du kannst dein Spiel dann im Single-Player weiterspielen. Ach, krass. Hab ich nicht verstanden, aber, äh, klingt cool. Also, wenn du nicht, wenn du, ich meine, er stirbt dann, also, du kannst halt mit seinen DLCs quasi weiterspielen. Ah, okay, stimmt. Das geht bei CK3 nicht, jetzt hab ich's verstanden. Alles klar. Gibt halt keine Mechanik in CK3, wo du einfach mal so stirbst, weil du hast jetzt keinen Herr und hast keine Dynastie oder so. Ey, Beshi, muss man eigentlich, muss man, ähm, dieses, äh, übergreifendes Spiel machen eigentlich? Shop-übergreifende Mehrspieler-Modus. Weil ich, weil ich, weil ich merke, also, wenn ich, weil ich hier, wenn ich meinen, äh, Code einfach da reinpacke, ist das immer so ein komischer Code. Und nicht der gute Nakama-Code. Du hast keine Mods aktiv oder sowas, das ist rein Vanilla Stellaris, oder? Ja. Ja, da muss die, äh, ja, da muss der Code stimmen, aber es muss auch die Checksumme bei jedem stimmen. Ja, ja, weil bei ihm der Code ja nicht mehr stimmt, ne? Bei mir ist halt das gerade, ne? Das kann richtig sein, das hängt jetzt von uns ab, ob wir, ob wir alle eine übereinstimmende Checksumme haben. Na gut, dann checken wir. Äh, Passwort schreibe ich auch nochmal rein, Moment. Ich mach hier meine, meine Decke weg. Okay, also, ja, okay, das ist ein cooles Passwort. Ja, kompliziert, ich weiß. Das wird schwer, aber... Ich hab das übrigens in den Multiplayer-Games schon ein paar Mal gehabt, dass Leute einfach das eingegeben haben und einfach trotzdem mit dem Game reinkommen. Kann ich beruhigen. Unsere alte Stellaris-Runde hatte auch immer dieses Passwort. Sehr gut. Ist ja auch ein gutes Passwort. Ja, ja. Ist ja auch ein gutes Passwort. Wie man bei Spaceballs ja schon sagt, was? Das ist ja ungewöhnlich, ich hab den Code auf meinem Koffer. Wieso hab ich hier Skipper als Schwierigkeitsgrad, aber bei Regelfeld der Kadett auf Standard ist das auch interessant. Ich kann nicht den Schwierigkeitsgrad bei mir mehr ändern, irgendwie. Egal. So, Server-ID ist dann das hier, ne? Eine Einstellung muss alles, äh, das Gemüse machen. Ja, hab ich, ich bin dabei. Ja, ich steh heute nicht, ich bin krank. So, verbinde. Ich bin drin! Ich bin drin! Das war ja einfach. So, jetzt kann ich hier schön auf Paramount Games... Wo ist es denn jetzt? Ah, das ist ein schwarzer Bild. Ist nur wichtig, dass wir das Spiel noch nicht beginnen. Ja. Ähm, Reich auswählen. Mhm. Sollen wir ja mit so vielen KI-Reichen spielen? Von mir aus... Ich richte mich da ganz nach euch. Aber ich würde tatsächlich... Wo wir das Spiel haben wollen. Also ich möchte keine... Ich werde jetzt keine Maschinen spielen, wenn wir jetzt einen Multiplayer spielen, das ist so ein bisschen doof. Deswegen würde ich tatsächlich... Ich glaube... Mit ein bisschen weniger KI spielen, aber ich mach nur ein bisschen höher. Ich mach nur auf zwölf, würde ich sagen. Und dann auf mittel. Vormundschaft der Erde, autonome Serviceumgebung, Maschinen. Was ist das denn? Ah, ich... Okay, ich hab... Ich hab ja noch einen Moment Zeit, ne? Ich probier mich mal daran, ein neues Reich aufzustellen. Aber das ist wahrscheinlich sehr kompliziert, ne? Nö, eigentlich nicht. Okay. Ich hab Bock sowas wie... Du hast... Der Meister ist hier im Chat, du kannst dich einfach gerne fragen. Also, Bessi, weißt du alles. Bessi, ich... Kennst du StarCraft? Natürlich. Ich will die Zerg bauen. Du willst die Zerg bauen? Ja. Mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem Verzerber auf den Schwarm und alle hassen dich. Ja, das Problem ist, wir werden da nicht handeln können, vernünftig. Achso. Okay, dann... Okay, dann... Du kannst dir ein Zerg-Reich bauen, dann musst du einen Punkt Genitor Hive spielen. Das kommt am nächsten an Zerg Schwarm ran. Ne, jetzt will ich nicht mehr. Es gibt eine Mod, die hat sogar diese Larven-Mechanik mit drinne, aber das ist halt eine Mod, die ist nur für Hive-Minds und die ist, soweit ich weiß, auch nicht mehr up-to-date. Spezies-Name... Iranische Liga? Ne. Doch, T... Wie heißen denn die Menschen bei? Die Tehranische Liga, ne? Die Tehraner heißen die halt einfach. Oh, StarCraft hab ich auch eine Zeit lang gespielt, aber nur die Kampagne gespielt eigentlich. Das ist auch geil. Kann doch die Söhne von Kohal nehmen. Ja. Ne, ne, ich will schon die Liga. Oder das VED, wenn ihr Teil 1 gespielt habt. Ja, Teil 1 hab ich tatsächlich nie gespielt, ich hab nur Teil 2 alle komplett durchgezockt. Ich wollte mir aber... eigentlich hatte ich mir immer vorgehabt, die Remastered-Version mal zu holen, aber... Obwohl, das dauert mir zu lange irgendwie, dann nehm ich mir einfach eine hier. Boah, nervig. Was haben wir denn hier? Thelien, Obis... Habt ihr alle schon einen ausgesucht? Ne, ne, ich bin grad auch am Einstellungen machen, ich bin grad nicht so doof. Okay. Ich hab mal reich. Äh, was hattest du immer die Überraumdichte gemacht, äh, Bessi? Ganz niedrig. Dann mach ich das auch mal so, den Rest lass ich so. Necroid, was heißt denn das? Necroid, das ist, ähm... Du kennst doch bestimmt Riddick, Chroniken eines Kriegers, oder? Die Necromonger, sowas ist das. Ach, sowas ist das. Aha. Sind das dann auch so... Haben die Planeten? Die opfern, die opfern ihre, ähm, zweite Bevölkerung, um daraus ihre eigene zu machen. Also, ihre Main-Spezies, die du da jetzt siehst, die wächst verdammt langsam, 0,1 oder sowas. Aber die haben ein Spezialgebäude, womit die drei Bewohner, ähm, opfern, und dann werden daraus dann drei von deiner Main-Spezies. Also, du musst quasi immer mit einer zweiten Spezie spielen. Mann, wie ich sehe, gibt's ja keine meiner alten Rassen, da hab ich ja gar nicht mehr drin, ey. Ja, ich werd' ne Megakopf spielen, damit kann ich euch am besten unterstützen. Was ist denn ein Molluskoid? Ein Pilz. Ne, das sind die Funkkoiden, ne? Molluskizen, so... Also, so Amphibien. Ja. Könnt ich mir so Orks aus dem Bohrheimer-Universum machen? Ach, ich muss mir einfach irgendwen aussuchen. Sag ich, bin ich hier schon wieder im Ding. Verbrecher-Syndikat, uff. Gibt's irgendeine vorgefällige Rasse, die gut ist? Da ist gar keine Lust, eine zu erstellen. Ach, ich auch nicht. Äh, was ist denn hier mit Vormundschaft der Erde? Kann ich diese Maschinen hier nehmen? Oder können wir das auch... Die Erde, könntest du nehmen, was du willst. Ich muss halt nur bedenken, dass wenn du kein Bio-Empire hast, dann kann ich mit dir nicht vernünftig handeln. Achso, es muss ein Bio-Empire sein. Und Schwarmbewusstsein, Insektuiden. Alles, was Gestaltbewusstsein hat. Das kann nicht handeln, vernünftig. Also du kannst zwar einen Wirtschaftspakt machen, aber ich kann keine Branch Offices auf deinem Planeten bauen. Aber ich spiele Technokratie. Ich nehme dir, weil die streitsüchtig sind. Wie das vorgefertigt ist, oder? Das sind reicher, das sind die Sklavetreiber. Also ich mache keinen Migrationskommittier. Ich weiß, wo meine Population landet. Ich glaube, ich versuche, das Imperium zu bauen. Ja, wenn du alle DSDSHs, inklusive Federation, dann kannst du sogar Imperator werden. Polizeistaat als Schlamenhalter-Gelden-Halter. Ich habe es einmal gemacht mit dem Imperium, das ist schon ewig her. Du hast noch keinen, auch noch keinen ausgesucht. Gibt mir dann, oder soll ich mir, kann ich mir aus denen irgendwie die Warmer Orks bauen? Und dann so humanoide eher, ne, die Orks. Im besten Fall fängst du direkt von vorne, weil du da irgendwelche bestehenden Reiche editierst. Einfach ein neues machen. Einfach ein neues machen. So, okay, neue Stellen. So, dann stelle ich jetzt ein neues, was solltet. So, was sieht denn hier? Humanoid-Maschine-Säugetier. Was sieht denn so ein bisschen orkisch aus? Gefühlt sind die Allerobos. Allerobos sind irgendwie böse, die hervorgefertigt sind. Bei Warmer sind das halt Pilze, ne, die Orks. Ja. Aber es gibt auch, bei den humanoiden gibt es dieses Ork-Porträt, aber das ist durch den DLC gesperrt. Hier, kein Gemüse, da nicht. Genau, dieses hier. Das humanoide spielt sich weg, okay. Was ist denn ein gutes Maschinenreich, also auf etwas, was nicht böse ist? Hier sind Assimilatoren, die sind wahrscheinlich nicht gut. Prinzipiell sind alle nicht zwingend böse, bis auf die Exterminatoren, natürlich. Aber welche können denn nicht, welche können denn handeln? Gar keine von den Maschinen. Also die können gar nicht in die... Muss ein Bio-Empire sein. Hm. Ich meine, du kannst spielen, was du willst. Wenn du Maschinen spielen möchtest, spiel Maschinen. Ah ne, dann kriegst du ja auf dich schniss. Und mir nicht. Kontinente... Also wir machen ja eh nur so eine kleine Session, ne? Soll ich mal versuchen, die bösen Maschinen zu spielen und gegen Matta zu hetzen? Haha, ganz wahr. Wieso dagegen nicht? Genau. Ich bin nur ein Scherz. Humanoid. Ich will hier Dschungelwelt, dass meine Leute Dschungelwelten sind. Säugetiere, was ist denn das? ISS-Präfix? Was ist das? Was bedeutet das? Das sind Namensplaketten, wie deine Schiffe so heißen werden und deine Leute und so weiter. Ach so. Das hat jetzt keine Gameplay-Auswirkungen, außer halt Namen. ISS-Präfix. Void. 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 Ach so, jetzt muss ich hier wählen. Wir sind intelligent. Und jetzt habe ich alle meine Eigenschaftspunkte schon weg, oder was? Ne, 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 ne. Habe ich noch vier wählbar, ne? Du kannst nur noch zwei Negativ-Trades, kann ich dir empfehlen. Einmal einen mit minus zwei, einmal einen mit minus eins und dann kannst du noch zwei weitere Trades mit reinbauen. Das solltest du vielleicht nicht tun. Wieso? Nicht anpassungsfähig ist kein guter Trade. Ähm, da ist weiter runter. Geringe Fortfalt zum Besser. Ne, weiter runter. Langsam lernen, streitsüchtig, widerspenstig. Widerspenstig ist gut. So, nomadisch. Gibt es hier irgendwie so psychopsyonisch, sodass wir so Gedanken... Dafür gibt es eine Origin. Okay. Können wir denn langlebig sein? Charismatisch sind wir nicht. Gemeinschaftlich auch nicht. Nomadisch auch nicht. Traditionell schnelle Lerner? Charismatisch oder traditionell kann ich empfehlen. Ansonsten schnelle Fortpflanzung. Traditionell und eine Sache kann ich noch, ne? Also schnell Lerner kannst du nicht empfehlen, weil... Ein mit zwei Punkten kannst du nicht. Ne, ne. Erfahrungszuwachs am Führer ist Blödsinn. Äh, erfinderisch? Ne. Agrar, schnell, sparsam, begabte Ingenieure nehme ich noch. Weder das oder halt, wie gesagt, schnelle Fortpflanzung. Das ist ein sehr guter Perk. Schnelle Fortpflanzung? Du hast aber ein Zweier. Jetzt bin ich bei minus ein. Ja, komm. Kann ich das so machen? Du kannst noch einen minus eins Perk nehmen. Will ich aber nicht. Macht nichts. Einzelgänger ist ein guter. Einzelgänger, hä? Desshaft Einzelgänger. Gut. Ich hab' nicht durchgelesen. Wohnraumnutzung. Okay. Ja, da brauchen die etwas mehr Wohnraumnutzung, aber du hast sowieso durch Stadtdistrikte immer mehr Wohnungen als du brauchst. Mist, wie heißt die? Ajuur! Ajuur. Brauchen eigentlich assimilierte Bürger Nahrung? Staatsternensystem zufällig, zufällig extremär. Äh, wie weißt du das? Nochmal was? Brauchen assimilierte Bürger Nahrung? Äh, wenn du keine Litoids hast, dann ja. Hm, okay. Kann ich auch generell eher Litoids empfehlen als Second Speeds, hier ist für deine Maschinen. Weil, die haben auch eine sehr hohe Habitability, das heißt, du kannst, so wie deine Robots selber auch, halt überall deine Planeten hinsetzen. Hm. Ich darf mir dann keinen Happiness-Verlust. Okay, Ursprung, Planetare Vereinigung, Mechaniker. Äh, Teacher of the Shroud müsstest du nehmen. Ich? Ja, wenn du Psyonisch haben willst. Teacher of the Shroud ist, äh, Lehrer des Schleiers, ne? Genau. Okay, okay, haben wir das. Bam! Jetzt geht's weiter, was will ich hier gar nicht? Ich will demokratisch, ach, muss ich hier auswählen. Ja, ja, du musst da halt. Imperatorisch, imperial, was sind denn die Protos bei den, bei den, bei den Menschen? Okay, würde ich sagen, die sind imperial. Hab nicht so ein Rat? So irgendwie so drei, vier? Ja, die haben ja immer so, 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 so Leute, ne? Ja, dann sind die, dann oligarchisch. Dann sind wir oligarchisch. Initialistisch. Achso, Ethikpunkte kann ich mir hier noch aussuchen. Pazifistisch, Gestaltbewusstsein. Spiritualist solltest du auf jeden Fall nehmen. Ja. Okay, Spiritualist. Noch so einer. Militaristisch. Ich mag keine Spiritualisten. Ich find schon, dass die militaristisch sind, oder? Egalitär, materialistisch sind sie eher nicht. Gestaltbewusstsein. Materialistisch kannst du auch nicht mehr wählen. Xenophob sind sie nicht. Autoritär. Xenophob. Ein bisschen xenophob sind die schon. Bis zum letzten DLC waren die richtig xenophob. Die Protos? Ich meine, okay, sie haben Planeten, die da gebrannt, wo Zerk drauf waren. Aber nur, weil die den Angst gemacht haben. Die haben jeden ausgelöscht, der nicht ihre Spezies war. Okay, xenophob. Dann haben wir's. Name? Hä, wie Name? Halt, du musst noch rechts Trades auswählen. Ach so, angesehene Admiralität. Das ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was das ist, aber angesehene Admiralität ist es. Ist es. Militär, Junta. Weil es geht dann nur ums Militär, Leute. Ja, du bist auch ein relativ feindseliges Empire, also du wirst Probleme haben, Freunde zu finden. Oh, ich brauch keine Freunde. Ich hab doch euch. So, ich kann noch eins auswählen. Ach so, oh, Bergbaugilde will ich nicht. Angler, aristokratische Elite, natürlich. Aristokratische Elite? Äh, ja. Hast du ausgewählt, dass wir nebeneinander starten? Noch nicht. Ja, auf jeden Fall noch eine gute Sache. Die Maschinen nehme? Uh. So, Foto. Ich bin grad dabei, ich fuhr grad nach nem Bild für, äh, ich hab früher mal so ein Bild gehabt, äh, für leeren Bewohnern. Das ist und dann auch Forschung. Aber ich hab Fette nicht mehr, tatsächlich. So, oh, 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 hier sind... Ai, ai, ai. Embriale. Was haben die denn nochmal für ein Ding? Blau. Ja, blau und gold. Aber was haben die so für ein Zeichen? Ich muss mal eben hier gucken, was haben Protos für ein Zeichen. Protos. SC-Zeit. Starcraft-Bilder. Was haben denn Protos für ein Zeichen? Okay, so ein Wirrwarr-Zeichen. Mensch, passt da irgendwas? Nee, eigentlich, Herrschaft. Also sowas eher, ne, oder? Unternehmen. Wenn ihr wieder in den Einstellungen gesagt habt, mir mal Bescheid. So, was? Das kommt eben irgendwie am nächsten, oder? Oder das hier, ne? So, blau und gold. Blau und... ...sekundärfarbe. Nee, gold. ...sekundärfarbe. Also derrazierde. Irgendwann muss er auswählen. ja gut lassen wir das so soll ich noch hier will ich jetzt aber richtig schöne schiffe haben welche sehen denn hier denn diese in dem brotus ähnlich die toxoidischen ja auch aber da fehlt mir das gold so ein bisschen imperial insektoid maskulit auch wohl könnte auch aber die sind nicht so goldene wenn er hier bei dem dass das hängt sie aber die farbe von von schiffen und so hängt von deinen reichsfarben ab ich nehme toxoid oder du möchtest google ist ein bisschen zu spitz ist nicht so schön rund der rund wie ich nehme toxoid das hat er herrschertitel weiblich auch schon regionen mist wie ist das nochmal bei den brotus kann mir jemand helfen wie heißt wie exekutor exekutor dankeschön archoren exekutor ausgeschrieben so ab varianten in den raum ändern auch noch ratten eine neue nur weil mich ein stress ein stress secretik ein weiblicher wie heißt die noch mal schatten material sind muss auch fett geschrieben man exekutor tasse da handy sehr schön aber ist der planet immer noch habe ich das jetzt wenn ich jetzt fertig mache ist es drin ja aber ich möchte aber ich will eigentlich eine dschungelwelt haben europisches ist dschungel okay du bist auch die fotos ich sehe schon ich erinnerst gleich noch mich mein reich hatte sie hat den selben phänotyp ja bei dem brotos typ ich bin bereit auf geht's da müssen xinno kompabilität noch aushaben von slack das game später wenn irgendeins der kre-reiche das auswählen sollte ja So, jetzt geht es hier los. Ich bin soweit. Ilta? Ja, ich muss mal überlegen, welche Autorität ich nehme. Das ging gerade auch nur noch ab. Ich muss schon ein bisschen gewählt. Ich spiele Lehrenbewohner, also Void Duellers. Ich will mit Merchants spielen, also mit Händlern. Also spielst du auch mit Megacorp oder was? Nö. Ich will... Also Forschung und Händler einfach. Wenn du auch keine Megacorp spielst, dann werde ich was anderes spielen. Weil Megacorp kann sich gegenseitig keine Brandshops geben. Nö, ich nehme keine Megacorp. Nö. 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 jetzt ist mir reingefallen egal ready jetzt so wie es geschenkt dankbar entgegen so da haben wir die heimatwelt muss geschützt werden deswegen brauchen wir forschung aber habe ich jetzt eingestellt und nebeneinander starten ich glaube nicht oder ich vermute nicht so eingefallen wo seid ihr denn gerade auf der also auf der karte ja ja aber nicht ehrlich nicht eingestellt aber soll ich nur mal neu starten noch mal ja ich soll oben ja ich auch aber ach wir sehen uns sogar ich war noch mal ganz schnell neu ich hab's vergessen einzustellen ja so leid so gut ja auch die beenden wo habe ich die jetzt gespeichert meine jungs ja noch ich hoffe doch direkt beitritt die sind gespeichert die bräuchte hier ist die neue code stellen lassen ein dass man zusammen startet bei den spieler positionen anstatt cluster nebeneinander oder so wählen gruppiert der spieler das jetzt genau die protoss er lässt sich dann matter du isst mich wollen wir mal sehen zweitgeborener 1101 01 nicht so beleidigen hier warum gleich so fies so was aber die bartige leere Ich nehme dieses Geschenk dann bei entgegen. So, erst mal hier schön. Gut. 13 Legierung war das, ich wollte mal kaufen am Anfang, ne? Hast du gesagt? Entweder 13 Legierung oder 52 Mineralien. Das ist ein Pizzeriasch-Geschwitzer. Sag, wenn ich starten kann. Wegen mir? Wegen mir auch. Ich würde auf schnell machen, ja? Schnell? Ja, okay. Sag einfach, wenn ich langsam machen soll. Okay. Die goldene Armada wird das doch. Goldene Armada. Was sonst? Das ist so lange her, dass ich Star Wars 2 gespielt habe. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Wo muss der ja alles machen? Wissenschaftler kaufen! Bis zum nächsten Mal. Anomale ist schlau. Man ist ein Räuf. Schlau, wenn wir ab, wenn man oder im Schlau. Sie erheben, wenn man sich das dann als ich die Verk��면. Ich auch abdisch. Construction complete. System survey complete. Anomaly found. Situation log updated. So, Anomaly sieht es hier aus oder fertig. Schiffswerften bauen wir noch ein Schiff. Ja, Zeitamt für kostet mehr, ne? Ja. Ah, Ju ist schon geil gelegen, muss ich schon wirklich mal sagen. Schon wirklich sehr abgelegen gelegen. Wo seid ihr denn? Rechts hoch übrigens, ne? Wir sind jetzt nebeneinander gestartet, oder? Ja, ich bin genau in der Mitte rechts. Okay. Ja, dann bist du direkt neben mir. Ich bin nämlich dann links von dir. Direkt am galaktischen Kern. Ich bin auch am Kern. Hä? Aber wie kannst du denn... Links über mir dann wahrscheinlich eher, ne? Ich bin quasi 5 Uhr. Und ich bin genau 3 Uhr. Situation log updated. Weil sie sich nicht angreifen. Sie sterben. Ich meine, kannst du die Abend. Ich bin Hannes in Beero. Ich bin hier auf Kampf ausgelegt. Situation log updated. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr die Goldene Armada rufen. Sie wird alle eure Feinde verbrennen. Goldene Armada, hey! System Survey complete. System Survey complete. Anomaly found. Ist es zu schnell, Matte, oder geht meine Geschwindigkeit? Äh, es geht. Im Moment komme ich, äh, zurecht, ja. Forschungslabor habe ich schon hier, oder was? Forschungslabore habe ich hier. Die Jungs, das ist natürlich nice. Wunder Theater oder sowas kann ich nicht bauen, nicht. Aber ein Tempel? Anomaly found. Hab ich ein Tempel? Ah, hab ich. Bis oben hast du gesagt, Mutter? Ja. Welche, wie viel Uhr ungefähr? Äh, ungefähr ein Uhr. Ein Uhr, zwei Uhr so rum. System Survey complete. System Survey complete. Ja. Ah, danke. An alle, die mir gerade Gesundheit gewünscht haben. An alle anderen. Äh, natürlich habe ich ganz lange gewartet, ich habe es gar nicht gehört. An alle anderen, schämt euch. Ich habe nichts gehört, ich bin entschuldig. Wissen. 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 Bisse? Einst du ab! Es ist die Zerg! wir müssen die gold armada ausbauen geht nicht mehr anders muss sein wir wissen nicht genau wer es ist aber admiral ecitor ich weiß es gerade gar nicht wir müssen einst machen dass ich keine planeten um mich herum habe mit toter welt ist das natürlich ganz geil nicht colonisation in progress shakuras das geht aber jetzt ja mal gar nicht anomaly found research complete research complete um manager system survey complete system survey complete colonisation in progress construction complete oh 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 die sind ja mächtig uiuiui ist das hier überhaupt ein reich anomalienflotte ausweichen mehr als merkwürdig okay okay Untertitelung des ZDF, 2020 Mal gucken, wo hier noch mal was ging. Okay. Müssen wir hier mal das ein bisschen aufbauen. Elien-Raumstation 5K. Die sind ja schon sehr mächtig hier oben im Norden. Kolonien eröffnet. Systemsurvey complete. Systemsurvey complete. Aktegestellt. Ich hatte noch nie ein natürliches Wurmloch. was sie sagen kann da jeder durchkommen oder was die technologie wurmloch jährlich wo das wurmloch dann endet aber erst später normalerweise also jetzt noch nicht er muss dafür attack haben aber das ist nicht wie ein stern toll dass man das benutzen kannst da kann jeder durch ich habe übrigens keine bewohnbaren planeten bei mir also garantiert zwei in der nähe nicht eigentlich dass zwei der nähe sein sollten als voltweller ist auch nicht zu empfehlen ich spiel keine voltweller ich werde die robos system survey complete das ist nicht gut der eine habe ich jetzt mal zehn jahre sollten um ich eigentlich um fregatten korvetten zu bauen richtigen system survey complete ja chakuras und das okay aber you are noch die meisten dann mal hier gucken ich habe ich dich gefunden mich kann sein system survey complete und steht ja erst kann also es nur die ab ach so das sind jetzt die genau die mein so ups an Anomaly found Faszinierend hier alles. Faszinierend. Die bauen automatisch auf Forschungsstationen, wenn ich die auch machen mache. Ja. Das war's. Was? Gewaltsamer Angriff bei den Beth Manek? Wie kann das sein? Wie? Kann das sein? Wieso wurde mein Forscher getötet? Wir werden eine diplomatische Aufklärung suchen. Schick die Flotte. Diplomatische Aufklärungsmission werden wir starten. So was. Schick die Flotte. Ja, Diplomatie ist eine andere Methode. Ja, Forschungsschiff. Ja. Nice. Was kann ich denn jetzt hier noch machen? Also, Haldana ist quasi, willst du mir sagen, dein, ja? Haldana, ja. Das wolltest du mir jetzt damit so quasi sagen. So, was ist denn? Wie bedeutet das? Unbeschäftigte mit dem Wohnen? Okay, die Goldene Mara hat jetzt eine Kampfstärke von 900. Das ist natürlich... reicht noch nicht. Harmonie... Ionik... Ich nehme mich unnachgiebig. Rotstadt. Futurefront. Patriothek Venegard und... ...religiöser Consist. Ja, ich kann nur leider... ...gibt mir da nur was. ... 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 Müsstest du aber zwei haben durch gewohnbare Welten. Ne, hab ich aber nicht. Oh, ne Reliktwelt hab ich hier noch. Das ist natürlich sehr gut. Aber ich glaub, du kannst du nicht zu ner Ecomonopulus umbauen als Maschine. Konstruktion complete. Situational updated. Hallo. Und jetzt ist meine Flotte weg, weil sie in dein Gebiet geflogen ist, oder? Ja. Das ist aber, weil ich halt feindlich bin, deswegen. Naja. Klar, macht ja Sinn. Also ich bin halt feindlich, weil... Den einen willst du nicht angreifen und den anderen direkt... Nee, ich bin automatisch feindlich, weil ich Robots spiele. Die eigentlich alle Menschen umbringen wollen. Warum? Reden wir darüber. Ibu 1 1 0 0 1. Ja, das macht keinen Sinn. Konstruktion complete. So. Auf jeden Fall, Mata von der Reliktwelt abgeschnitten. Das ist sehr gut. Ja, ich bin komplett abgeschnitten, weil oben diese Mega... diese Mega-Aliens hocken. Wir werden uns trotzdem irgendwie ausbauen. Irgendwas müssen wir doch tun. System Survey complete. Warten. So aus... Das ging schon mal nicht so gut. Meine Forschungsschiffe... Die automatische Erkundung ist irgendwie richtig weg bei mir. Niedrige Stabilität. Weil wir uns jetzt hier an allem fehlen. Ich habe aber nicht die Mittel... Und alter! Nahrung fehlt uns auch noch? Was? So, Ayur. Ne, wir müssen jetzt hier mal anfangen. Klar zu kommen. Hier fehlt Wohnung und Arbeiter. Können wir im Süden jemanden gegen Landers wahrscheinlich. Das dürfte ich dann sein. Du hast einen Orangenschweif, oder? Wie bitte? Du hast einen Orangenschweif bei deinem Portionsschiff, oder? Orangenschweif? Wenn dein Schiff fliegt... Ja, 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 ja. Wenn es was aus dem Schweif... Ja, ja, ja. Ja, ja. Let's do. Äh... Geh besser rechts rum. Ah, ich schon. Ach, rechts rum generell? Okay. Ja. Die Soyama ist äh... Quasi... Grenze. Aber die... Das kannst du haben. Da, wo du jetzt gerade bist. Korra statt Chaknemi aufs Letztes. Warte. In meinem Bild muss ich eigentlich den ersten Spieler, den ich finde, töten. Aber war ich nicht. Du kannst ja versuchen. Ich mach dich platt. Volna Amada ist bereit. Den Flooten sind magnetisch. Den ora ist linenen. Du kannst ihn predAttener. bisschenver Перв Kilomögen Erst dass du k tab one sorts desater운�엣kens, Ja, jetzt kommt eine Forschungsschiffe natürlich nicht weiter hier. Was ist das denn hier? Eine Alien-Bedrohung 5K? Was ist das denn hier? So viele Forschungsschiffe brauche ich nämlich gar nicht. Kannst du mal wieder einen Becher umgekippt? Ach, ich hasse manchmal Katzen, ne? Die Gründe, warum ich immer im Stream nie hier drin hab. Ach, der sucht immer doof, ne? So, Nahrung passt noch. Hier fehlen Bewohner. Achso, unbeschäftigte Bewohner, ja. Aber hier stabilisiert sich's grad wieder. Vielleicht ne Polizeiwache. Ne, Sicherheit haben wir hier nicht. Tempel vielleicht. So ist Residenz, Legerung, Gießerei. Bringt uns ja eigentlich nix, ne? Oh, nur Theater, Forschungslabor. Eww, mehr Dronkings. Was willst du? Was passiert? Die da sind das. Special project complete. Situation log updated. Erst Kontakt beendet. Okay. Okay. Hm, ich merk schon. Das sind also die... Was heißt lila? Ist das ne... Wenn ein Volk lila heißt, sind das dann... Hä? Äh... Pierre... Ah, du hast die Shroud-Leute gefunden. Das ist so ein extra Ding. Ich weiß nicht, wie die Händler oder sowas. Okay. Also kann ich die besser nicht platt machen, oder was? Wenn die lila sind, sind die besonders mächtig, oder? Äh... Das ist eine NPC-Faction, die äh... Die eigentlich... Die ist eigentlich dafür da, die zu helfen. Nicht um dich zu killen. Naja, die hat ja die... Nicht als Psyonica sind die eigentlich recht wichtig, Leute. Ne, ich hab hier die Thunder Marauders sind das. Ach, die Marauders, ja, die sind feindlich. Kannst von denen eine Flotte kaufen oder ein Admiral, aber im Grunde sind die feindlich. Was? Die Shrouds helfen mir, okay. Was kann ich von denen wissen? Äh, das musst du selber rausfinden. Ich spiele nie Psyonica. Okay. Hm. Na gut. Ah, das ist nicht. Was? Ja. Was? Drei. Was? Drei. Drei. Kanzlerin. Drei. 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 Veranstaltung complete. Veranstaltung complete. Was? Das ist noch nicht vollständig erkundet. Ist mir das durchgeflutscht? So, Nahrung geht noch, aber ist ziemlich nah am Ende. Was wurde mir beigebracht auf Planeten Mineralien abzubauen? Verschwendung. Nö, absolut nicht. Nahrung anzubauen ist Verschwendung. Echt? Nahrung hat es keinen Wert außer deiner Bevölkerung zu füttern. Ist noch nicht mal wirklich wertvoll auf dem Markt verkaufen. Deswegen einen großen Surplus, also ein großes Einkommen an Food zu haben, bringt dir null. Ist eher eine Jobverschwendung. Aber Mineralien auf jeden Fall. Mineralien ist auf jeden Fall. Mineralien ist auf jeden Fall complete. Jetzt nicht über so 200 plus, aber so 50 plus Mineralien. Hat das was auch mit diesen roten. Also wenn ich im Bergbaudistrikt zum Beispiel, wenn ich im Bergbaudistrikt so einen roten Punkt noch habe, macht es dann Sinn, bei den Gebäuden was für den Bergbaudistrikt zu bauen? Nein. Also eine Mineralverarbeitungsanlage ähnlich, ne? Dann solltest du gucken, ob Energie zum Beispiel besser ist, den da mit Energieplaneten trotzdem machen. Oder halt hier Stadtdistrikt oder Industrie, ne? Die Stadtdistrikte hier im Überfluss. Ich sag mal so, pro Planet brauchst du sechs Stadtdistrikte. Dann hast du, wenn du die Teche hast für dein Hauptgebäude auszubauen, dann kriegst du nochmal zwei zusätzliche Bauplätze. Damit hast du dann alle Bauplätze belegt sozusagen. Und du hast auf jeden Fall genug Wohnungen für deine Planeten. Und mehr brauchst du dann noch nicht. Also wie viele Bauplätze, wie viele Stadtdistrikt sollte ich beim Bahn? 6. Du kannst im späteren Verlauf, ja ja, auf jeden Planeten. Du kannst im späteren Verlauf, wenn du mehr Bauplätze durch Tech erforscht, kannst du wieder mehr Stadtdistrikte wegnehmen. Aber für den Anfang, um so viele wie möglich Bauplätze zu haben für die Gebäude, brauchst du sechs Stadtdistrikte. Kostet ein so ein Forschungsschiff auch was im Unterhalt, ja? Ja, aber nur Energie ein bisschen. Hast du Matta schon gefunden? Mhm. Wie ist euch neben mir? Oh lol, du bist ja, du bist doch Vernichtung. Du bist ja nicht dumm. Ja. Ich greif mich nicht an. Aber es hat mir ein Garten. Nein. lerne halt nur gerade kennen dass man schon komplett das kann ich ja wir können doch nicht wir können aber nicht handeln oder ach ja stellen wir können wir können keine handeln das kennt ich dir kontakte geben können kolonisieren dann haben wir hier chakuras wird dann er industrie aber hier können wir den ich noch ändern den namen kann man den namen im nachhinein noch ändern und planeten ja chakuras industrie ist chakuras chakuras kann auch ein bisschen mehr bergbau so research complete also diese marauders hier die muss ich immer besiegen wenn die stärker und wenn so alien rassen stärker das ist gar nicht gut construction complete construction kann ja mein feind kennengelernt sich das machen werden in progresso research complete construction complete und die einkommen geht durch die dicke das ist immer so geil bei megacorp mein mein einigkeits zuwachs das geht durch die dicke ich bin bei 140 das kras lich erlasse davon kommt die hälfte vom handel ich habe nicht so viele mineralien tatsächlich bei mir fängt jetzt auch langsam erst an solange du ein plus bist ist das nicht schlimm kannst du mir minus 31 mineralien werden was du tun kannst ich weiß nicht maschinen gehen unheimlich gerne auf viele wartungsdrohnen wartungsdrohnen ja wenn du da welche also ziel ist es für dich auf deinem planet immer nur im positiven dienst das bereich zu sein wenn du aber sehr viel höher bist ich sag mal so 15 18 über 20 oder sonstiges dann guck mal dass du wartungsdrohnen jobs ähm reduzierst construction complete und wie gesagt also im süden kannst du noch weiter dich ausbreiten na ja ich weiß aber ich aktuell ich werde ich gerade im krieg vorher ich kann ich kann hier nicht geben kann alles nichts alles gut ich habe jetzt äh drei flotten mit jeweils 20 armee konntest du die denn so schnell bauen oder bin ich einfach kapiere ich das spiel einfach noch nicht so ne er spielt einen ziemlich guten bild er ist darauf ausgelegt frühzeitig leute zu waschen so ich bin jetzt bei nahrung bei plus null muss ich da doch mal was machen überall fehlt mehr jetzt werden allem konstruktion na gut ich brauche gerade meine flotte aus kolonie established damit eben oder wenn meine wahl und jetzt plötzlich mag er mich die große legierung verarbeitung ne die halt natürlich auch hart aus einkommen geht er wurde aber ne ich sag mal so im zweifelsfall das hat halt auch den höchsten marktwert ne also wenn du davon jetzt dann was verkaufen würdest dann würdest du unheimlich gewinn mitmachen ja mal ich glaube jetzt auch plus 144 legierung ja blöd ist es nur ich komme ich komme nicht du kannst nämlich auch mir die grenzen nicht öffnen oder hier ja ja nee ich kann nämlich nicht zum matter um den zu entdecken weil du block zehn jahren ja seitens ein doof mit dem doch du kannst doch ganz näher bin ja schwierig ja du spielst du wenn der rad da ist und es ist ja offen dann kannst du handeln ich brauche nämlich handelspartner was noch keine los negativ oh scheiße aber ich habe zwölf bots drin also ja ich könnte eine rei jetzt hier involvieren aber wenn ich eigentlich nicht im piki wenig reicher machen ja ihr werdet euch noch wundern reicher reicher ohne das zerstöre ja noch Na, ganz gut. Hast du die neben dir schon kennengelernt, Matta? Diese... Piraten? Kingdom of Mondas? Ich bin komplett abgeschnitten, ich komm nirgendwo weiter. Du hast mich eingekesselt und oben sind die Thunder Marauders. Ich kann nichts sagen, ich bin voll klein, ich hab das gar nicht mit Absicht gemacht. Ich bin auch voll klein, also definitiv. Ich mein, in der Theorie könnt ihr einen Krieg auslösen und dann kann er sich die Gebiete schnappen, die ihn einkehren können. Ja, ich bereite mich grad auf den Krieg vor gegen die Marauders, aber die sind halt hier... Das wird noch dauern, bis du gegen die ankommst. Die haben halt hier Flotten, die sind hart. Da wird's nicht mal die Goldene Armada gegen bestehen. Dabei ist die Goldene Armada halt die Goldene Armada. Aber ich hab gleich Zerstörer, Leute. Ja. Ja. Ja, ich müsste dich eigentlich dringend finden. Ja, das findet wohl nix. Also, ich find's auch cool, aber... Mit der zusammenstecken war ein bisschen Fail, weil wir... Ne, dann könnte ich mit ihm handeln und dann kriegt der schon mal ordentlich mehr Knete. Oh ja, das wär nice. Knete wär gut. Aber ich bin schon mal nirgendwo im Minus, das find ich schon mal klasse. Also, da bin ich schon mal echt zufrieden. Hä? Hallo? Doch. Dann kommen wir mal an die letzten Forschungsstationen, äh, die letzten Stationen in unserem System. Und dann... Ja, dann werden wir mal sehen. Ein Vorhande, eine Stufe erreicht. Sehr gut. Wissenschaftler. Oh Mist, der ist stur. Ah, cool. Ist cool, wenn man sich so weit im Griff hat, dass man nicht im Minus ist irgendwo. Das find ich schon mal sehr gut. Aber wenn ich im Moment nur auf Waffentechnik gehe. Beim Ausbau meiner Flotte. Was ist denn hier mit der Goldenen Armada, wo ist die denn? Wenn wir nochmal auf E-Rose sind. Äh, Technologie... Da ist es, ne? Zerstörer. 40 Monate noch, dann können wir endlich Zerstörer bauen, Leute. Dann bauen wir da nochmal 20 Zerstörer bei unseren 30 Brigatten rein. Moment, wie... Können wir ja mal beim Flottenmanager mal reingehen? Ähm... Teth-Mart-Klasse. Wie geht denn das? Goldenen Armada neu verstärken, alle verstärken. Teth-Mart-Klasse. Teth-Mart-Klasse. Ja, Freundchen, wo hast du deine Truppen? Sag's mir. Ah, hier Jetzt nicht mehr So, ich muss mal eben auf langsamer machen, damit ich mal um meinen ganzen Leute umsiedeln Wieso? Das Planet explodiert gleich Achso, Planet explodiert gleich Ich auch noch nie Das ist Doomsday Origin Du hast 30 Jahre mit jedem Meilenstein kriegst du mehr Ressourcen zugeschoben, aber dafür wird dein Planet immer schlechter von der Bewohnbarkeit her Aber Maschinen Empire macht das nichts aus Oh fuck Oh, hat er Fehler gemacht Hast du alles zu deinem Planeten hingesetzt? Ja, ich hab nicht genug Plätze auf meinem Planeten Egal, besser als wenn die drauf gehen Nur Einigkeit Das ist mein Problem Uiuiui Das ist schlecht Die sind ja krass Das Einigkeit wusste ich gar nicht Scheiße Und Oh 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 Oh, 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 oh. Flocker cleared. Seit ich Mannwart habe, Leute, geht es mir gut mit Mineralien. Ich mache momentan sogar zu viele Mineralien. Und die Mann darf es. Ja, aber wir haben keinen direkten Weg zu denen, ne? Grenzen geschlossen, ja danke. Ach, die willst du gleich wahrscheinlich umbringen, ne? Die Baumleute. Weiß ich nicht, ich habe schon die meisten Leute umgebracht hier. Ich brauche gerade Einigkeit, das ist mein Problem. Acht Monate hervorragend. Wir wollen ihn, wir wollen ihn, wir wollen den zerstören. Wann ist das hier, ne? Natürlich, wir haben jetzt die gemeinsame Vision. Wir haben die Kala, sind wir am bauen. Wir wollen ihn, wir wollen ihn, wir wollen ihn. Okay. Ja, man hat klasse. Das war wieder ein Machen gerade. Oh, hier irgendwas besonderes. Vielleicht ein Holotheater? Wohl noch nicht, ne? Ja, das war wieder ein Machen. Ja, ich habe Nahrung. Das ist wichtig. Vor allem für mich. Stimmt, ihr braucht keine Nahrung, ihr KI-Tipp, oder? Nein. Ja, aber für dich als Doomsday ist es immer noch ziemlich gut, wenn du auf Stern-Base-Hydro-Kultur-Dinger baust. Das lohnt sich immer noch. Ja, ich habe alle los. Ah, Planet aufgegeben. Sack. Ich habe alle rüber gesiedelt. Ships upgraded. Blocker cleared. Ich habe alle rüber gesiedelt. ... ... ... Äh, Zerstörer, Design... Äh, ich hab überhaupt keine Waffen, kann das sein? Ja. Keine Waffen? Nein, es gibt keine Waffen. Nee, aber ich kann überhaupt keine Waffen einbauen. Oder können Zerstörer, mit Zerstörer keine Waffen. Okay. Ich kann die zerstörte Welt sogar sehen, obwohl ich das System gar nicht aufgedeckt hab. Ja. Groß die einfach schon sind, ne? Also der NPC, den ich gerade platt mache, der ist so fett gewesen schon. Ja, dann sind die alle hier. Ja, die cheaten halt. Ja, ist echt so. Äh, ist einfach so. Oh, ich hab sie getötet. Ups. Okay, ich nehm alles hier zurück. Das war der Zipp an Info und N. Er ist ein Bot getötet. Ups. Stolzhaft. Ja, mich merkt was ein bisschen, dass ich euch nicht connecten kann. Das ist ein bisschen scheiße. Ich überleg gerade, ob ich das irgendwie hinkriegen kann. Aber es ist echt... Es ist halt einfach zu schmal, hier an der Ecke. Ah. Das hab ich nicht bedacht. Ach, kann schauen. Wo bringen wir eigentlich Gouverneure? Mehr Ressourcen, Produktprozente auf Planeten, weniger Kriminalität auf Planeten, mehr Dienstleistung auf Planeten. Die haben schon einen guten Nutzen. Packen die Reißgröße runter. Somit mehr Unity, mehr Forschung. Also mein Gouverneur ist jetzt Level 4 und der hat plus 8% von allen Ressourcen, minus 8% Reichsgröße von Bewohnern und Kriminalität minus 12. Das ist 2% mehr Ressourcen, oder wie die Ecke, wenn ich nicht mehr Ressourcen habe. Okay, ich habe ihn. Research complete. Research complete. Research complete. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 wieder einer gestorben Anführer gestorben Wissenschaftler Cariba ist gestorben das ist ja furchtbar Wurde aber schon mal direkt schon jemand gefunden Wie konnte man die Sektoren löschen? Äh, selbe wie du erstellst Planeten und Sektoren Ich dann sah aus wie so ein Mülleimer Sektor kann ich, das ist der Kernsektor Der Kernsektoren kannst du nicht löschen Geht immer von deinem Hauptplaneten aus Du kannst höchstens, wenn du Du kannst höchstens verschieben Indem du deinen Hauptplaneten umänderst Die eine Welt ist halt nicht drin Das ist richtig dumm Gibt hier einen Planeten, der das so macht Dass der innerhalb der vier Sprünge ist Ja Und trotzdem in allen anderen Dann wählt ihr den als Hauptstadt Das ist die einzige Möglichkeit, die da hat Ja, im Süden ist übrigens auch ein Imperium für dich zu fressen Ja, ich bin schon mit Dann Blocker cleared Research complete So holl Punkt 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 Das war's für heute. ja läuft bei mir würde ich sagen nur das mit den der flottenkapazität das das muss der sternbasen für bauen eine kannst du noch ja mach die stern feste ne ne mach die stern feste kannst du die noch mal ausbauen dann kannst du noch mal mehr antropfeste da ein wir wollen immer tribut haben diese sander morales ist denen einfach nahrung aber bis ich denen irgendwann dann dings gebe schmott sammlerflotte jetzt habe ich den schrott sammlerflotte das event auch wieder so nennen ist auch wieder so eine enklave wie die was meine ist nicht eine die sind das nur auch wieder neutrale sind wie die wie die schaut aber die haben meine meine flottenkapazität erhöht also die haben erhöht dass ich mehr ja dann haben die dir durch neben irgendjemand gegeben das kann passieren eine kriminalität zu hoch was so eine kriminalität dann brauchst du mir ja kuhar dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht mehr genug Pops, die du... also nicht mehr genug Batterien. Situation log updated. Ich muss ja wieder Krieg führen, aber ich muss jetzt mal irgendwie mich da sicher dahin bringen. Das Problem ist, der nächste Kampf wird härter und ich weiß nicht, ob ich den schaffen kann. Ich bin mit der Forschung halt so deutlich hinterher, glaube ich. Man, Spionage klappt nicht so gut. Das ist aber auch normal für den Bild, dass deine Tech da ein bisschen hinterher hängt. Ich muss ja nicht. Also muss ich die Tech da ein bisschen hinterher hängt. Hier geht's gut. Oh, hier hat Kriminalität, du meine Güte. Mein Gott. Ich kann nichts gegen machen. Blocker Claim. Wir haben die Claim. Da. Immer noch keine Infos über dir, ey. Ich weiß noch nicht mal, wie stark die Flotte ist. Nur ihr Lieben, hier geht's jetzt weiter gerade. Das ist ja großartig hier. Wie sieht's eigentlich mit den Konstruktionen aus? Bauen die noch fleißig? Was bauen die denn eigentlich? Wie sehe ich das, was er gerade baut, wenn er automatisch baut? Sehe ich das irgendwo, was er da gerade baut? Edelmütige Kassel, Klasse. Umstärke. Bei wem willst du was gucken? Bei meinen Konstruktionsschiffen. Wenn ich hier auf automatisch bauen habe, sehe ich dann irgendwo, was dir da gerade baut? Er ist wahrscheinlich am Planeten, ne? Kannst du nur an der Ressource festmachen, was er baut. Also er baut ne Minenstation, weil er Mineralien erschließt. Mineralien hab ich ja bald genug. Unterlegen, Flotte, das ist doch schon mal gut. Aber es ist nicht so gut. Können auch noch erbärmlich sein. Das würde ich lieber haben. Ja. 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 Sternfeste. Endlich. Endlich. Die brauche ich nämlich so dringend. Ich habe immer ein Konstruktionsschiff hier oben. Uff. Oh nein, der kesselt mich ein. Ich muss hier nicht. Der kapselt mich ja ab, der Sack. Ach, ich könnte hier die ganze Zeit Krieg führen. Aber ich bin hier echt die ganze Zeit nur in diesem einen Ding dran. Alter, diese Flotte ist krasser als ich. War mit Basis. Das wird wieder ein ekliger Krieg. Ich habe wieder das Problem, dass wir in zwei Fronten Krieg werden. Das ist so'n Scheiß. Guck mal, Bessie. Der Typ da in der rechtsnen hat zwei Grenzen mit mir. Das ist richtig dumm. Ja, der unter mir hat auch zwei Grenzen mit mir. Ich musste da einfach schnell eine große Sternenbasis hinpflanzen. Die Sundar Marauders fliegen hier mit 12.450 Und 12.490, ey, das gibt's doch nicht. Ja, du kannst. Kann ich da jemals hin, ey? Gibt's doch nicht. Was hab ich denn hier für fette Gegner? Sag euch. Ich überreg mich. Oh nein. Oh nein? Oh nein? Oh nein, ist ein anderes Wort für ich bin gleich tot. Nee. Aber gegebenenfalls wird unser lieber Matter ein Problem kriegen. Meinst du wegen diesen Sundar Puzzis? Die Sundar Marauders sind die, die zum Kahn werden. Im Midgame, ja. Kannst du darauf festmachen, wenn du die anklickst und die dieses Hihihihii machen. Reception complete. Meinst du bei Kontakten? Ja. Und dann bei Diplomatie? Nein, nein, nein. Du brauchst sie nur anklicken, dass du dir hier Fenster offen hast. Könnt ihr mit diesem höllischen Gekreische aufhören? Richtig, genau. Und wenn du das haust, dann sind das die, die zum Kahn werden. Reception complete. Ja, dann muss ich die halt vorher besiegen. Ist doch kein Problem. Richtig, bevor die aufwecken, weil die killen dich sonst. Und das ist ganz easy. Also Disruptoren brauche ich jetzt. Militärtechnologie. Das muss sein jetzt. Können wir unsere Flotten ausbauen. Die silberne Flotte, Armada. Und ihr, euch kann ich nicht ausbauen, die Schrottsammlerflotte. Wenn ich die Schrottsammlerflotte nicht auch nenne. Nenne sie die fremde Flotte. So, auf die geht ihr noch fremd, ich sag's dir. Fremde Flotte. So, besser. Ja, ist klar. Ist ja klar. Dann mache ich einfach weiter, wie ich bis jetzt gemacht habe und baue meine Flotte aus. Ich würde dir ja gerne helfen. Hast du da Tipps für mich, wie ich die noch besser ausbauen kann? Aber ich mache das schon perfekt, oder? Möglichst viele Forschungsgebäude haben, dass du möglichst hoch in Forschung kommst. Ja, ich habe auf jedem Planeten, außer auf Ajur. Auf Ajur habe ich doch ein Forschungsgebäude, doch. Forschungslöschung. 172, das ist viel zu wenig. 289. Dann brauche ich also mehr Forschungsstationen, ne? Viel mehr. Sollte es so um die 400, 500 haben. Also setze ich meine Konstruktionsschiffe auf, Forschungsstationen bauen. Da reicht dieser Befehl, ne? Ne, du musst auch Planeten, musst du Forschungslabore haben. Hast du? Forschungsgebäude haben. Ja, kein Problem. Forschungslabor, ich dachte, meine Forschung wäre hier. Arzt rein. Dann wird da direkt nachgerüstet. Dann wird da direkt nachgerüstet. Ah, holt er sich sein Zeug. Das ist ein ziemlich gutes System, irgendwie. Ah, jetzt kann ich den Matai nicht finden. Wieso? Kannst du mir das erklären? Warum? Kannst du mich erklären? Weil sich der Galaktische Rad bildet. Planeten und Sektoren, Richtlinien, Gesellschaft. Wo finde ich den Galaktischen Rad? Anführer? Chips upgraded. Der Gründer ist nicht da jetzt. Das ist nur eine Anführung. Genau. Research complete. Bin ich beigetreten? Ich kriege hier überhaupt kein Ereignis mit intergalaktischen Dingen. Okay. Guckt mal, ich bin irgendwo am Quatschen. Hier kann ich quatschen. Mal jetzt abkommen. Ich will Informationen von dir, du kriegst Informationen von mir. Und dann kannst du auch immer die Credits. So, zeig mir mal alle Leute, die du kennst. Oh, Legion fehlen. Endlich. Ich komme an unser Gemüse nicht vorbei. Das ist echt belastend. Krieg heißt das wohl. Ja, ist mies. Aber ich könnte einen Krieg gleich führen, dann geht's, glaube ich. Wenn ich die unter mir kaputtgewandt habe, dann geht das. Nee. Ach, scheiße. Über Klick. Geht nicht. Scheiße. Und obenrum kannst du nicht? Also linksrum? Nee. Und dann einfach so. Matta ist komplett eingeschlossen. Ja, wie hat er gesagt. Hab ich ja gesagt. Ich hab jetzt auch versucht, hier über Kontakt von mir zu heißen. Aber ich hab jetzt alle Kontakte, die irgendwer an den A.I. Reichen kennt. Und ja, gibt's halt Lücken. Aber ja, da muss ich mir halt alleine gegen den werden. Was? Die fremde Flotte wird auch immer mächtiger, die ich hab. Die goldene Armata. Achso, weil die jetzt den Admiral Unterhaltsschiffe hat. Aber je nachdem, vielleicht könnten wir die auch zusammen angreifen, wenn ich mich nach oben hier weiter ausbaue. Weil wir müssen, wir dürfen da nur nicht unsere Einheiten ineinander ballern, dann geht das. Alter, ist ja groß, der Boy. Wer? Unter uns, ne? Der Lissert, ja. Er hat auch ne Megastruktur in seinem Reich. Er macht Matrax. Er ist jetzt mein Handelspartner. Ich schiebe ihm Geld zu, damit er sich besser gegen dich wehren kann. Wegen mich? Ja. Hallo? Ja, warte, du bist wieder Genozid Empire. Sind ich jetzt beschwer? Nö, nö. Ich hätte halt, ich hätte ja nur vorgefertigt, ich hätte ja keine, keine Dingslider gehabt. Ich werde mir da immer nochmal ne, ne Friendly-Fraktion. Die ganzen alten Rassen, die sind ja eben gelöscht worden durch die DLCs oder so. Das ist voll dumm. So, jetzt hab ich gleich das erste Mal ne Flottenstärke wie eine von seiner 5000, aber der hat ja halt noch ne 29.000 Flottenstärke. Das ist ein bisschen das Problemchen. Das ist natürlich mehrere Anstürme machen, ne? Also, du musst ja nicht alles in einem erledigen. Das kostet dich zwar viel, die Flotten wieder alle nachzubauen, aber... Er greift er nicht zurück an? Nein. Brauche ich, ich brauche keine Bodentruppen, ne? Das ist nur so ein Weltraumreich. Richtig. Kann ich nicht auch irgendwie Spionage gegen den entwickeln? Bringt das überhaupt was oder macht den das nur böse? Spionage bringt in diesem Spiel leider so gut wie überhaupt nix. Was, wenn ich ihm sage, könnt ihr mit diesem höllischen Gekreisch aufhören? Läuft ihr mich dann an? Ruhig bei dieser... Nö, dann erklärt ihr dir noch was über sie und sie ist die Tollste und hast du nicht gesehen. Keiner weiß, wer sie ist. Sie, hm? Ja, sie ist halt die Tollste und Geilste. Ich glaub's nicht, dass ich als Protoss so unmächtig bin. Mann, wie bei StarCraft. Ey, ich fand die Protoss in meinem Coolsteam ja auch mal gespielt. Ist auch voll cool. Dann musst du Krieg gegen die Deltasili führen, um dir mehr... um das Zeug anzueignen. Ja, wenn da kein Weg dann vorbeiführt, glaube ich, bin mächtiger als Deltasili. Nicht? Äh. Deltas, was hast du so? Was ist deine stärkste Flottenstärke so? Aktuell? Ja. Ähm... Aktuell ist meine Flotte... 2,7, 2,6 und 2,2. Was? Wie konntest du dich denn so krass ausbreiten? Meine stärkste Flotte hat 5,8. Bin ja doch mal mega mächtig. Ha, jetzt fühl ich mich wieder besser. Großartig. Die Schiffe bauen gerade. Was hat denn... Polizei... Da mach ich ja doch nicht alles falsch. Das ist gut. So, wir müssen in den Tempel gegen eine Polizeiwache... Also in den Tempel geht jetzt eine Polizeiwache, Leute. Es geht nicht anders. Dann hört doch mal auf, immer überall zu klauen. Dann ist er so besser. Dann ist er so besser. So. 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 Was sind hier... Was sind hier für Abstimmungen? Die Protos stimmen zu. So. 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 Es liegt auch gerade daran, dass ich Verteidigungsstationen verbauen muss und es gerade extrem auf Defense gehen muss. Disruptoren sind fertig. Einfache Gefechtsrollen, koloniale Entwicklungsgeschwindigkeit oder Horchposten. Gefechtsrollen sind gut, ne? Für das, was ich vorhabe. Ja, brauchst du auf jeden Fall einen Gefechtscomputer. Gefechtsrollen, aber okay. So, was mache ich jetzt? 158 mal jetzt und die Goldene Armada ist verbessert und bei fast 6000. Auch nochmal hier verbessern. Silberne Armada. Ich kann jetzt auch noch keinen zu holen. Ach, wie schön. Alles wird gut gehen, BH. Sehr schön. Ah, sehr gut. Ich freue mich, wenn die alles wird gut gehen, BH, hier bei mir. Ach, da bist du ja. Äh, einmal das. Kontakte. Wo ist die alles wird gut, BH? Incoming transmission. Oh, incoming transmission. Natürlich, ein Handelspakt. Oh, und so schnell ist man aus dem Minus raus. Und jetzt. Jetzt. Wollte er jemanden, dass er dem Ziel ist, der gespielt hat? So, wie macht er sich gerade freut, dass er sofort aus seinen Minus raus ist? Ja, ich hätte mich ja schon viel weiter ausgedehnt, wenn ich hier nicht den Kahn bei mir hätte. Glaube ich. Ich habe eher das Problem. Ja, ich habe halt das Problem, dass ich keinen G reinkriege und meinen Planeten keinen Bock haben, irgendwie auf Energie zu gehen. Gibt es denn irgendwie eine Schneise, die dir nicht wehtun würde, die man nehmen könnte, damit ich ihm helfen kann, da die Marauder so hochkommt? Nee, das ist das Problem. Das gibt es nicht. Obwohl, naja, vielleicht, ich muss halt erst Sadi Nation kaputt kriegen, um es dir zu sagen, ob es eine Schneise gibt. Weil ohne Sadi auf jeden Fall nicht. Das muss immer durch Planeten von mir durch. Obwohl, vielleicht nicht unbedingt. Doch, musst du. Doch. Vor allem, ich muss den Planeten ja nicht einnehmen. Also, du bist nicht voll in den Malustern. Ist das nicht voll doof? Ich habe gleich auch nochmal eine Frage. Ah, okay. Nee, ich habe sie schon selbst beantwortet. Das ist gut. Das kostet mich aber nix, ne? Irgendwie, Piers kostet dich nix. Ich gebe dir aber mehr, äh, mehr Handelswert durch die Bürojobs, die ich dir zur Verfügung stelle. Nee, du kriegst sogar einen Kaufmann als Job dabei. Der gibt plus drei Dienstleistungen und plus zwölf Handelswert. Und das gibt uns beiden dann nochmal mehr Energie. Die. Nice. Die auch, ja? Ja, natürlich. Also profitierst du auch mega von mir. Der Wert meiner Zweigstelle steigt um 45%. Klingt gut. So, wir brauchen hier noch drei weitere Schiffe. Dann haben wir endlich die goldene Armada auf 60 Volt. Ships upgraded. Upgraded die Schiffe vorrangig. Achso, wir müssen das in der Ajo-Stadt zum Bauen. Aber ich kann nur fünf Zerstörer mit in meine Flotte packen. Mehr geht nicht, ne? Befehls nämlich nicht hoch genug, um diese Schiffe hinzuzufügen. Dann liegt es nur an dem Befehls nämlich. Dann musst du, äh, Korvetten wegnehmen. Ah. Immer zwei. Zwei Korvetten für einen Zerstörer. Alles klar. Versuch mal, von hier zu kommen. Hier stehen... ...satt und schreibe 9000 verstärkte... ...ähm... ...ich hab ne Raumstation für... ...einfach mit Stärke 9000 hier stehen jetzt. Oh, das ging mir natürlich die Legierung aus. Das ist nicht so geil. Wo hast du 9000? Hm? Wo hast du ne... ...Station mit 9000? Äh, ne Grenze zu denen. Also auf der rechten Seite. ...damit die wieder nicht einfach so durchrennen können. Ich hab gelernt aus dem letzten Mal. Alter, was will der eigentlich hier jetzt bei mir? Ich stehe hier voll bei meiner Sternenbasis. Ich guck's, so was meine Energie halt so Minus ist. Ich kann auch nicht mal Legierung kaufen, wie ich das möchte. Oh. Du hast ne... ...ne Reliktwelt gekriegt. Ich? Ja. Matta. Wo? Wasssau. Matta hat ne Reliktwelt irgendwo. Hab ich die schon nicht... Hab ich die nicht... Was ist denn ne Reliktwelt? Ich muss das jetzt erstmal überprachen. Wo ich jetzt was Falsches sage. Warte, warte, warte... ...Mannwart... ...die Reliktwelt. Research complete. Achso, die mit den Kristallen, ja. Geil. Da kriege ich qualitativ außergewöhnliche Mineralien raus. Aber jetzt grad baue ich da die Generator... ...rausche. Du solltest doch unbedingt zu, äh, zu ne Legierungswelt machen, eher. Meinst du? Ja, ich kann... Wenn du... Ja, du musst, äh, du kannst diesen Planeten später zu ner Ekumenopolis ausbauen. Das ist quasi Khorus Kahn von Star Wars. Dieser, äh, stadtgroße Planet. Dann baue ich jetzt mal die Mineralverarbeitungsanlage in eine Sisierungsstüßerei. Das ist eine gute Idee. Beschluss wurde verabschiedet. Oh mein Gott. Was war ein Beschluss? Warum wurde ich dazu nicht eingeladen? Ja, wir können uns jetzt um den galaktischen Markt streiten. Ich enthalte mich. Die Fotos enthalten sich. Ich weiß gar nicht. Muss ich da noch einen Senator einsetzen? Nehmen wir die Jüngere. So. Den hat. Research complete. Technisch. Ah ja, Technologie erforscht. Umstärken oder Fusionsraketen. Ich glaube, ich nehme die Fusionsraketen erstmal. Angriff ist immer noch gewissermaßen. Erstmal Fusionsraketen stärker. Erkundungsgeschwindigkeit. Oh, die Physikforschung ein bisschen höher. Geben Reiche, die uns darauf vorbereiten, uns den Krieg zu erklären. Interessant. Das hätte ich jetzt bei dir nicht gedacht. Will der Galaktische Rat mich töten? Ne, ne, das ist dann irgendein Empire, mit dem der dich hasst. Das wird jetzt wahrscheinlich in Lithuan sein. Das wird der im Süden sein, oder? Ja. Ah ja. Der hat keine Chance gegen mich. Ich würde jetzt reinrennen. Ah, so. Es sollte, glaube ich, einer der Korvettenflotten trotzdem in die rechte Seite schicken. Das werde ich auch tun. Und die anderen Flotten werden kämpfen. Ich denke, immer noch hier ein Forschungsschiff. Meine Forschungsschiffe sind, glaube ich, alle verschwunden. Alle zerstört worden von irgendwem. Mhm. Laufende Forschung. Es fehlt ein Wissenschaftler. Äh, Technologie, da ist er noch. Das ist alles, was du in der Flotte hast. Ich? Ja. Naja, ich habe das und ich habe oben nochmal 3000, die auf die andere Seite gehen. Okay. Und die 9000er Flotte verstärken. Ich habe halt gerade diese viel Gierung, das ist mein Problem. Aber sonst, ich versuche jetzt natürlich noch weiter Zerstörer zu bauen gerade. Aber es sollte trotzdem reichen. Also, der hat nur Erbärmlich als Flottenstärke. Wenn ich mal mit dir nicht so viel entgegenzurexioniere. Ja, aber ich habe dir halt die eine Seite so ausgebaut, der wird da nicht durchkommen. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich... Dass die nicht hier unten irgendwie um mich rumkommen. Wie die Flotten erbärmlich durch Hoffnung... Blinder-Schiffe durch Hoffnung allein? Nö. Ich verstehe nicht, wo du siehst, wie die Flottenzusammenstellung ist hier. Du musst sie ausspionieren, damit du Sachen vorüber dir erfährst. Und dann, äh... Ich kann die nicht ausspionieren, das ist ja... Das ist Feuerkontrolle. Warte mal. Äh, nimm das mal an. Incoming transmission. Kommunikation. Okay. So. Ich denke, es wird passen. Ich brauche hier noch einen Anführer, oh. Machen wir ihn hier. Ratensrisiko. Oh, ich habe so dumme, so schlechte Anführer immer. Ach so. Ne, das war es überhaupt nicht. Sein hat sich... Ach so, die... Galaktische Recycling-Initiative. Ne, Baudauer, was? Ja, wir versuchen es mal. Protos stimmen dagegen. Kriegserklärung. Was ist das? Die haben dir den Krieg erklärt? Nein, ich den. Die da als Erste stehen, haben immer der anderen Fraktion den Krieg erklärt. Ja, so. Wie, äh... Wie weit sind wir mit unserem Plan, diese Marauder-Flotten zu besiegen? Sie haben immer noch 29.000. Ich habe jetzt mittlerweile... 10.000... 15.000. Ja. Du musst genau gucken, woher die Flotte kommt. Das ist interessant. Wo werden sie angreifen? Der wird irgendwo Flotte haben. Schlimus-Raketen. Umstärke-Zerstörer. Regergeschwindigkeit ist nur für planetare Sachen, ne? Neusternbares Modul, planetare Verteidung. Regergeschwader geht auch auf Schiffen ab Kräuferklasse. Okay. Dann brauche ich die noch nicht. Ah. Sehe ich jetzt schon deren Flotte? Nein. Immer noch nicht. Rechts oder links? Wo gehe ich hin? Oder mit beiden teile ich sie auf? Das ist ein bisschen risky. Das ist auf jeden Fall ein großes Reich von dir, was du schlucken willst. Ja. Es ist vor allem schwierig zu schlucken, weil ich halt jetzt genau gucken muss, ich muss jetzt genau achten, wo die fliegen. Ja, der geht bis ganz in den Süden jetzt. Siehst du deine Truppen? Der ist mir gegenüber erbärmlich, aber auch du bist mir gegenüber schwach. Ne, ich suche, äh, siehst du seine Truppen? Ne. Ah, okay. Oder vielleicht doch? Nein, nein, ich sehe die nicht. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht aktive Sensorverbindungen mit ihm hinkriege. Ich habe gesagt, ja, könnte ich hinkriegen. Dann frag ich mir mal, wo deine Boys sind. Hinten wird an. Uff, der ist, der ist überall. Okay, also, hat er nirgendwo irgendwie... Der ist ein bisschen was auf seinem Heimatplaneten am Nachbauen. Der hat das meiste auf der linken Seite. Ich habe so vieles. Also, da bei mir, wo meine Flotte ist, ne? Ja. Der rechten Seite kannst du getrost durchziehen. Ja, gut, da will ich halt eigentlich gar nicht durchziehen. Ich will ja eigentlich nur die Seite decken. Die Frage ist, weißt du, ob die unten sind? Wo ist denn sein Heimatplanet eigentlich? Ziemlich im Süden. Ach, da, okay. Ich weiß, ich gehe wahrscheinlich unten links lang. Ich will beide Seiten nehmen, weil er kann von beiden Seiten quasi kommen. Ja, ich weiß noch nicht, aber wenn er halt mit so 6000 Plotten kommt oder so, dann ist das ein bisschen problematisch. Ne, ne. Da hat er ne 900er Flotte. Ich habe ne 1900er Flotte gesehen. Da kommen sie. Hier hat er nochmal ne 23. Da kommen 900 gerade angeflogen. Ja, 23 ist nochmal dahinter. Ja, dann werde ich da jetzt mal hingehen. Bevor er hier drum kommt. Das wollen wir nämlich verhindern. Komm, wir können... Schön, ein Planet zu besitzen. Research complete. Hast du Planeten auf 05 gesetzt? Ich habe das nur gelassen, wie es war. Keine Ahnung. Also, wenn es halt so war, dann ja. Aber ich kann es dir nicht sagen. Das ist nicht tragisch. Also, ich habe erstmal ne fette Flotte von ihm kaputt gemacht. Das ist schon mal schön. So, das werde ich erstmal gucken, dass ich meine Armee angekoppelt kriege, wie du das immer sagst. Ich bin jetzt ein Cyborg. Achso, ja. Hallo. Das ist ein Affront gegen die Natur, wurde mir hier gerade gesagt. Ja, weil du ein verkackter, religiöser Typ bist. Als Spiritualist nicht auszusehen. So. Aber trotzdem würde ich dir echt gerne helfen. Boah, wie viel kann ich denn von dir sehen? Ich kann alles sehen von dir. Von mir, mir. Ja, von, von, von Deltasilie. Ich kann dein ganzes Reich sehen. Chips Upgrade. Aber da kommt, da kommt, da kommt, da kommt eine Flotte. Eher mich, ne? Ja, ja. Ja. Ach, ja. Diesen großen Krieg würde ich auf jeden Fall, Leute, gerne noch sehen. Aber ich, ich werde ihn auf keinen Fall angreifen, ey. In Geduld waren, durch Hoffnung allein. Wie ist das eigentlich mit deinem, mit deinem Wurmloch da? Hast du dich da mal Richtung... Wie? Ich habe, mir wurde keine Forschung zum Wurmloch angezeigt. Müsstest du im blauen Tree finden später. Ja, wurde mir noch nichts angezeigt. Aber das wäre natürlich eine gute Idee, ne? Mach jetzt mal hier Forschungsinitiativen. Construction complete. Construction complete. Oh, Bauform abgeschlossen. Situation log updated. Oh, ich zerstere wieder eine dicke Flotte von ihm. 2300 wieder weg von ihm. Das lieben wir doch. Soll ich dir mal den Krieg erklären? Mir? Ja. Ne, lass mal. Ich muss hoch nach Mata. Er hat noch 15 Jahre. Auf Standard-Einstellung. Bevor der Kahn ausbrechen kann. 15 nur noch? Yep. Ab 2300. Und ab 2400 kommt die Endgang-Krise. Oh, krass. Ja, aber das Problem ist, ich weiß... Leute. Ich könnte eine Bildschirmübertragung machen. Du kannst mir mal sagen, wo du da gut hergehen kannst. Äh, ich sehe das. Gibt's da eine gute Stelle? Äh, ich müsste halt durch Keragos. Das ist das Einzige. Uiuiuiuiuiui. Das wird dir noch ein epischer Krieg hier. Aber du kriegst da hin, ohne Keragos einzunehmen, geht das? Also, ich muss den Planeten, wie gesagt, nicht einnehmen. Aber ich muss da durch. Oder? Ne, geht auch anders. Ja, ich könnte eine Schneise ziehen, ohne dass ich irgendeinen Planeten von dir einnehme. Ja, dann mach doch einfach. Was ist denn da in diesem Dreiersystem da, was du nicht eingenommen hast? Meinst du ein Amor Alveo? Ich hab den Namen nicht. Wir sind einfach nur so ein Drei-Sterne-System. Äh, ja, da steht ein Schwarm. Ein Möben-Schwarm mit, äh, das weiß ich nicht, 20.000 Truppen oder so. Okay, dann ist das so ein Hauptplanet-Ding von denen. Hm, hm, hm. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Siehst du meine Flotte? Eine, ja. Ja, mach ruhig. Also ich hab das nicht in Absicht gemacht, dass ich euch blockere, ne? Also hoffentlich weißt du das auch. Dass es nicht bedacht ist, dass wenn wir das so machen. Dann muss ich jetzt nämlich durch den Planeten da durch. Dann gibt's den Laris eigentlich schon. Boah. Boah. Ich hab das nicht ausgegangen. Oh, egal. Wollen wir das auch nicht sagen? Die archäologische Stätte, die da vorne ist. Keine Sorge, ich mach die schon. Oh, die haben gerade das Foto von mir zerstört. Deine Konstruktionsschule solltest du nochmal schnell aus der Zentrale bringen. Ja. Oh, die sind so dumm. Die Gegner sind dumm. Oh, herrlich. Pflicht den auch um nach E-Port, weil da geh ich nicht hin. Hab ich schon. Der macht es am Weg. Wo gehst du denn lang jetzt? Äh, ich geh bis nach Igni und dann geh ich runter nach Tirm und dann geh ich da durch dieses, äh, System da durch. Von da aus dann nach oben. So, um geh ich da in deinen Planeten dabei. Keragoth. Oh no. Von Vorderbäuern zerstört. Äh, Matta, du müsstest mir die Käragoth. Die Gänzen einmal aufmachen. Hm. Oh, jetzt muss ich die erst mal finden, ey. Aber ich kann dich auch, ich kann die auch hier so anklicken, ne? Ja, ja, du kannst mich auch so anklicken. Äh, Ansprüche Handelskommen, Wirtschaftspakt brechen unabhängig, Grenzen öffnen, namens. Jawohl. Ja, ich danke dir, du willst mir gegen die Bösen. Botschaft einrichten. Natürlich! So, Yamada ist fertig, wir entwickeln einen besseren Schiffstyp. Die silberne Flotte wird Dings haben. Äh, Kreuzer. Ich ne Logie. Die haben meine ganze Dame kaputt gemacht, scheiße, ey. Wo haben die auf einmal so viele Flotten hergehabt? Das ist so lächerlich. Die ganze Zeit schwächer gewesen, auf einmal, zack. Ja, die hatten eine ihrer Flotten, die 2000er-Flotte, die haben sie runter zu ihrem Hauptplaneten gezogen. Da hat er da wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit Flotten nachgezogen. Was bringt mir denn jetzt so ein Beobachtungsposten? Was ist so ein... Kann ein Morbott von Planeten gebaut werden, um den in Privitiv... Zivilisation zu... Achso, Gesellschaft zu studieren. Achso, ich dachte, ein Beobachtungsposten wäre was ganz anderes. Nö, nö, es war einfach nur so ein... Guck dir einfach die primitive Spezies an, wie die sich entwickeln. Achso. Das Problem, was wir haben, ist, dass du mal eine Werft abgekapselt hast. Weltraumwolke entschlüsselt. Wir werden nicht im Weg stehen. Die Weltraumwolken sind verantwortlich des Kosmos. Hast du gehört? Wo hast du nur deine Werft? In Ipor. Das ist schlecht. Und ich werde auf jeden Fall den Krieg verlieren, wenn ich da nichts mache. Ich muss halt Schiffe da bauen. Äh, ja. Von mir aus kannst du das Zeug wieder einnehmen. Ich werde für den Rückweg, werde ich da wieder... Wie viel haben die denn, ey? Guck, Alter. Ich will mich hier mit den ganzen Amöben an. Mhm. Warum hast du nicht so eine krasse Flotte? Magic. Ja, schon ein bisschen. referiert mal eure schiffe ja let's go die ist auch noch nicht voll ausgebaut mach mal bitte mein forschungsschiff nicht kaputt das will ich da oben jetzt hinschicken was ich da oben jetzt hinschicke also es ist richtig doof ich krieg meine ganze ich kann meine ich kann jetzt keiner weder meine armee futter darunter schicken noch irgendwas anders machen weil du deine ganzen stasen basen da jetzt sind research complete ja das ist auch nur vorübergehend ich helfe nur dem mater da mit seinem zeug und dann ziehe ich mich wieder zurück und dann kannst du das zeug alle wiederholen ach so ok ja es ist nur wegen des krieges gerade ein bisschen nervig ne das war jetzt nicht gedacht dass ich das behalte wie lange bist du noch in hiklam weil ich muss meine flotte durch hiklam schicken äh ich fliege da jetzt raus was alter wieso hast du denn so ne flotte ey krass ne woher ich das ganze verfluchte spiel baue ich mir hier ne flotte auf die ganze zeit hier ich bin welchen setz über 7000 gibt's doch nicht das ist niederschmetternd die goldene armada hat 7100 und ich habe echt fast alles da reingesteckt was ging aber das sind mehrere flotten was du da hast alles wird gut mit wieviel schiffen 25 schiffen aber warum cheat ist doch und steht keine andere erklärung dafür sehe ich nicht ja dann erklär es los jetzt oder es muss ein schied sein komplett und völlig in trägerkreuzer mit raketen das ist wenn man viel forschung hat hä aber wie hast du denn schon kreuzer die forschung nicht ich mache ich habe 719 forschung die ich im monat ich will auch so viel forschung es gibt doch nicht dachte ich ich wäre voll gut in forschung hast du deine ganzen planeten mit forschungszentrum zu gebaut oder weiß ich habe zwei habitate auf forschung habitate das sind habitate bei den stationen oder was ich habe nicht einfach nehmen ich habe nur habitate ja ja ist so geil das sind halt auch einmal da kann ich mich eben reparieren so schön dass sogar eine werft danke dass du mich selbst gebaut hast ja da habe ich da unten gebaut da ist doch die über eine armada so erhalten aber nicht noch eben behalten aber du kannst den rest kannst du dir quasi schon wiederholen was brauchst du noch halten da brauche ich noch meine flotte dort zu reparieren und aufzustocken aber ich kann hier so ein ding nicht bauen so ein wer ist anstatt von planeten das muss ich erst erforschen oder so ne was 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 ja du hast doch habitat oder kann ich das irgendwo bauen und die kann zu erforschen im aber allerdings habitate sollten für dich wenn du nicht mit ursprung und so weiter drauf gehst nicht hauptfokus sein weil die sehr sehr klein sind was für dich auf jeden fall sinnvoll ist das orbital ring den solltest du auf jeden fall haben und machen was bringt mir das hier forschungsstation produktion forschungsstation plus zehn prozent dann brauche ich das ja am besten das wenn ich den flotte abkaufen den und dann gegen die schicken ich kann dafür sorgen dass ich seltener mache ja das geht wenn ich meine kann ich kann ich eine flotte von den sander marauders bauen kaufen und dann die behalten und gegen die schicken oder wenn die dann wieder wenn die dann wieder von denen die flotte wenn ich gegen die flotte und dann die mischst du eigentlich dafür ein und zu können Was an, was der Bot macht? Versteh ich nicht, aber okay. Muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. So, ich brauche noch eben die letzten drei Schiffe, rüste die eben aus und dann können wir da oben eben schnell alles platt machen. Ey, du sagst das so, das ist mein Angstgegen. Du darfst nicht einfach so, oh, machen wir die mal eben platt. Du kannst ja nicht sagen, das tut meinem Ego nicht gut. Hier seit wie viel, wie lange spielen wir jetzt? Seit drei Stunden oder was? Vielleicht seit zwei? Und ich versuche mich hier die ganze Zeit gegen ihn aufzubauen und so, guck mal, probieren wir das mal im platt. Das tut voll weh, wenn du das sagst, Mann. Das tut einfach schon mega weh. Das ist aber normal im Game am Anfang, das ist wirklich so. Ich bin ja jetzt auch viel, viel besser als ich. Mann, ey, das ist schütternd, ey. Der nächste Beschluss? Oh, endlich. Soll ich den der Planeten abluchsen? Oh, hier unten kommt eine Armee. Interessant. Das Schiffchen baut mal schneller hier. Das Schiffchen baut mal schneller hier. Ja, Leute, das könnt ihr gerne einnehmen. Das juckt mich nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Oh, hier kommt die große Flotte. Da muss ich aufpassen jetzt. Ständig umschiffen, ne? Das ist so nervig. Oh, neue Stationstück Habitat. Aber das sagst du, brauche ich nicht, ein Habitat, weil die so klein sind. Nein. Dein Hauptaugenmerk liegt auf Planeten und Orbitalringen. Ich habe halt, ich muss halt auf Habitaten bauen, weil ich habe 0% Habitability auf jede Planetenklasse. Dann bringen wir deinen ganzen Storch oben und oben hin. Dann helfe ich dir da eben. Aber ich habe doch jetzt hier... Okay, das kann ich auch nebenbei bauen, ne? Die Silberflotte kann ich ja nebenbei noch ausbauen. Wo ist denn das jetzt hier? Ach, nur ein. Das ist ja so blöd. So, dann gehen wir nach Yulthup, oder wo treffen wir uns dann? Okay. Noch irgendwas ausbauen. Oh, die Silberflotte, Silbernaammer, da kann ich dann ja auch damit zusammenpacken. Also, das ist ja. Oh, wann man können wir durchs sinks? Okay, mit Säun entendeu. Das ist ja gut. Komm, wir finden Sie so. bescheiden, wir können noch unver silberflühe. Entschlepen wir, dass man in den 80 nést, den in so meiner flotte folgt eine 7000er flotte einfach mal die 1900er da unten kannst du auch direkt mitnehmen wochen alles da oben warum ist die flotte aber neutral welche wo du bist nicht mehr im krieg mit dem irgendwie schon aber irgendwie auch nicht was passiert er hat sich basalisieren lassen bisschen wild und jetzt sieben den krieg jetzt noch mal den krieg erklären aber dann bis jetzt mit zwei leute im krieg aber der krieg läuft noch alle ist ein krieg bist du da immer noch mehr machen ich tue gar nichts ich bin ein ganz ein lieber aber ich habe ihnen auch tatsächlich ich habe den hat ihn aber jetzt gerade also er hat sich damit den arsch gerettet wen hat er sich denn basalisiert von wem wer jetzt an meinem handelspartner wer ist das pios oder ja pios ja wenn du dabei bist wie gesagt meine flotte folgt deiner okay wo sind sie denn jetzt dann muss ich den einfach den krieg erklären oder was oder muss ich ja du brauchst nur ein fliegen du bist mit dem permanent schon im krieg bereite aber deine forstungsschiffe und deine konstruktionsschiffe vor dass du die daten direkt einnehmen kannst okay sind alle auf dem weg die silberflotte ist jetzt noch nicht da ne 2600 oder kommt es auf die an ich hab mal so klein viel macht auch besser aber mir ist das egal dann warten wir noch wo ich bin bei mineralien auf einmal total im minus wo kommt das denn auf einmal her haben sich auf deinem planeten die jobs geswitcht oder so da habe ich hier im bergbau distrikt so krass viel gebaut ich hätte so gerne einen planeten außer gar nicht ja aber ich kann ich kann eine resort welt ausrufen die hat 100% habitability so also ich kann quasi auf künstlichen welten nur leben kannst du sonst flotten noch zusammenpacken nee diese fremde flotte nicht nur die silberflotte das könnte ich auch noch machen dann gibt es noch helfen okay dann wo soll denn jetzt incoming transmission na naja dann los sind sie alle alle in dem gebiet bringen wir jetzt rein sind das alle flocken ja ok ok 5000 14.000 mann sind das hostile station engaged wuuhh gucken wir uns diese schlacht mal an 30.000 10.000 5.000 seine ganzen flotten schlacht gewonnen verloren ein sieben korvetten zahlenzerstörer wo ist mein forschungsschiff einladung zum forschungsabkommen muss doch wieder reparieren und auffüllen ach so der hat keinen wissenschaftler daran liegt es immer noch keine gasdings erforscht richtig kacke ich brauche es unbedingt ich brauche es unbedingt ein Anomaly found. Als nächstes nehmen wir dann aber nicht hier den Sultas Schlund, sondern den da oben drüber. Dann hast du noch ein bisschen mehr Freiraum. Gehört man doch? Jaja, dann gehen wir erst nach Militane. Ähm. Check mal alle deine Planeten und tu mal Büroangestellten Jobs reduzieren, sodass die Leute die anderen Jobs priorisieren. Das heißt, ich soll hier Distrikt Büro-Distrikt-Zweck machen, ja? Ne, 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 nichts löschen, nur die Jobs reduzieren. Wie mache ich das? Geht auf die Bevölkerung. Unten im Reiter. Hm, hier ist auch noch ein Reiter. So, da hast du jetzt Büroangestellten unten bei den Arbeiterjobs. Ja, zwei von drei. Ja. Und die kannst du rausnehmen. Ne, 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 da gehst du jetzt rechts an den Pfeil, der da unten zeigt. Genau. Jetzt gehst du runter, such die Büroangestellten und jetzt gehst du da auf das Minus. Genau, die kannst du komplett weg machen. Auf allen Planeten. Uh. Büroangestellten Jobs sind die schlechtesten Jobs, die du, äh, haben kannst. Welche? Büroangestellte. Du hast keine, du hast nur Wartungsdrohnen. Bei dir, du kannst nur Wartungsdrohnen reduzieren. Was sinnvoll wäre. So weit reduzieren, dass du nur plus bist in deinen Dienstleistungen. So, jetzt hast du zwar überall Arbeitslose, aber solltest du noch irgendwo Jobs haben, die bebaut werden können, dann gehen Bewohner automatisch dahin. Oder du siedelst sie automatisch zu den Planeten hin. All学סellte Jobs Die kämpfen ja gar nicht zurück, ne? Ja, der Feind hier, der kämpft ja gar nicht zurück. Nee, nee. Nee, nee. So, ich mach mich wieder auf den Weg nach da oben. Jetzt nach Ayerspo... Ayuspo... Spoon. Ayuspo... Teledil Seas. Konstruktion komplette. Hab ich es geschafft, die zwei zu machen, oder? Seid ihr noch dabei? Äh, Ayerspo ist weg. Das dauert noch. Das dauert noch ein bisschen. Hab ich schon zur Krise erklärt? Ne, ne? Research complete. Willst du uns drohen? Nein, ich gucke nur, was der galaktische Dings macht. Ich möchte, ich bin ein kleiner, ich bin nur eine ganz kleine Randerscheinung mit deinen Truppen. Die fliege in dem Universum. Ich meine, ich kann die Resolution starten dafür. Ich meine, die Truppen sind schon krass. Du alleine machst mich ja schon fertig, du brauchst ja keine Unterstützung. Schützer. Research complete. ich bin da noch mal eine flotten da eine flotte silberner maler und spielschmerz okay das war jetzt irgendwie nicht so gut sind die immer noch basal? das steht ja gar nicht angezeigt bei mir wirtschaftspakt ja hier sind bollwerk hat sich unsere flotte ab wieder zurückgezogen kann das sein oder wurde dann auch noch weg ja da wurde meine flotte vernichtet wurden vernichtet nicht mitgekommen doch eigentlich schon irgendwie ist das abgewehrt dann einfach implodiert oder wie wir haben eine megabombe ist ja mein todesstern natürlich doof warte mal auch neue flotten ne das liegt daran ich für mich ist das system nicht aufgedeckt er ist schneller gestorben als meine flotte hinterher springen konnte ach kacke also du meinst die flotte die ich hier seit zwei drei stunden fast aufbaue ist schneller gestorben als du hinterher fliegen konntest das ist hart das ist hart das extrem hart i'm sorry das extrem hart ja da kannst du ja nix für das heißt ja nur dass ich dieses spiel nicht verstehe begreife das würde ich so nicht sagen ich auch nicht das ist ja mal ultra hier wir müssen hier mal langsam den krieg beenden ich werde mit dem start zu froh erstmal mit ihm ja ich bin immer noch mit matthai mit delta im krieg wasser status quo können wir einfach machen noch nicht ja auch können wir machen wir können jederzeit wieder für den rest den krieg erklären aber es könnten kann sich meine kriegsmöglichkeit aber wieder ein bisschen beruhigen ich meine du kannst auch einfach halt einmal behalten das ist doch jetzt gut aber es ist sehr gut wenn du es einfach behältst dann hast du eine kleine enclave bei matthai direkt und dann drücke ich dann eine seltene klage rein wirtschafts-unalter ohne das müssen wir eh warten dass matthai wieder ein bisschen was am flotter ich mache meine schiffe aufbessern sondern wenn ich alle ressourcen im griff zu viele mineralien tatsächlich construction complete da soll ich nicht überschriften zu verkaufen ja ich muss vor allem monatlich verkaufen über 115 und plus gerade wieder rein du hast halt auch uns gegenüber einen guten vorteil weil du bist nicht auf dem galaktischen markt du hast noch deinen eigenen markt und der erholt sich schneller von irgendwelchen käufen und verkäufen ach ja waffenstillstand wie lang geht denn der noch neben einer armee jetzt durchfliegen dass sie einfach verschwindet wann war wann ist diese mit mit krise in welchem jahrhundert 2300 ab 2300 kann es passieren ja wir haben den platten bevor wenn der kran jetzt weg ist kommt dann überhaupt irgendwas anders nein gibt nur diese entgehen krisen mit gehen krisen sorry ich habe gute nachrichten wir sind wieder im plus mit unseren mineralien plus zwei sehr gut jay so ajo station da brauchen wir noch kreuzer zerstörer kreuzer zerstörer so die silberflotte und die goldene flotte die schließen sich jetzt zusammen und dann äh die fremde flotte geht zur heimatbasis wieso kannst du da nicht andocken so wenn meine spionage hier im norden zu unterlegen zu wem gehören die dann haben die irgendwie ein bündnis im norden klinge gerade alwani clean sein das gefa- dass vergesst dass das eine gefallene reich ist direkt neben mir du musst wissen aufpassen die haben niemanden Die Isolisten sind das Gefallen reich, ne? Äh, ja. Oder, wo bist du? Das sind die Isolisten. Im Norden sind die. Okay, das ist jetzt hier Logan. Die sind so links neben mir. Über dem Kern, quasi. Da sind die. Quasi, quasi. Ja, muss. Ich kann die nicht sehen. Ja. Brauchst du dich nicht Krieg zu erklären? Äh, nein. Das schaffe ich noch nicht. Haha. Hä, wieso ist denn das die silberne Armada geworden? Unfassbar. Die sind ja auch die goldene Armada werden sollen. Ach so, weil die ein Gouverneur, ein Gouverneur der Admiral heißt. Goldene Armada. Sternenbasis. Ayur, Sternenbasis. Tall küss. Quem schylene, ist die Hand der Ball pegar mit der Narbe. Obst halt. O Operieren. Wir sind wieder auf dem Weg, ich muss noch ausbessern. Ich bin wieder auf dem Weg, ich muss noch ein paar Abwechslung sein. Oh ja, ökologische Anpassung, das brauche ich. Das ist eine der Tags, die du brauchst, um später Maschinenwelten herstellen zu können. Ich glaube, sogar ökologische Anpassung ist die Tag, die du brauchst. So, die Goldene Armada ist wieder einsatzbereit. Die existiert wieder. Eine Klima-E-Wiederherstellung ist die Tech, die du brauchst, aber ökologische Anpassung führt da dahin. Ich brauch Terraforming und Orbitalringe. Muss ich da erst das Habitat für erforschen vielleicht? Nee, Orbitalring ist deine eigene Tech. Hab ich nicht ganz gedacht. Sie sehen eigentlich meine Planeten aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, hier fehlen... In der Forschungswelt fehlen Dienstleistungen. Ist ja interessant. Aber alles im Rahmen. Und die Kriminalität ist auch weggegangen durch den... Das Ding ist ja... So... Und ja, die Goldene Armada ist fast bei 10.000 Stärke. Die kann verbessert werden. Okay, dann nochmal zurück. Oh man. Dauerndich. Verbessert wird... Verbessert wird an Schiffswerfen, ne? Ja. Und je mehr du hast, je mehr geht das. Weil für jede Schüssel, das kann ein Schiff gleichzeitig verbessert werden. Okay. Und reparieren auch? Ja, bei Andock-Dingern. Wo repariert, kannst du an jeder Station. Spielt keine Rolle. Oh, die Alles wird gut geben, BHS. Nochmal mit 3500 Mann hier unten. Hm? Ich sehe noch eine Flotte von dir. Naja, das ist meine Flotte. Die 35.000. Ist da oben hier auch eine Flotte von dir? Auch das ist ein Forschungsschiff. Das ist nur ein Forschungsschiff. Okay. Das brauchte ich da, wenn ich das System sehe. Weil dann springe ich ab jetzt zuerst. Schwarmraketen oder... Plastik, Stahl, Materialien oder Schwarmraketen? Schwarmraketen ist schon ziemlich gut. Du musst dann nur deine Schiffe auch danach ausbauen. Auch Paketen. Paketen ist generell eine ziemlich gute Sache. Seit dem Patch. Das heißt den Umrüsten. Wie bedeutet das? Eine groß angelegte Umrüstungsaktion ist, wenn du mehrere Vorlagen von einem selben Schiff hast. Beispielsweise du machst eine Torpedokorvette, eine Raketenkorvette, eine Laserkorvette und so weiter. Lässt du die auf automatisch die Schiffe immer oder... Passt du die schon an? Jetzt gerade hast du die Flotte. Ich baue immer meine eigenen Schiffe. Was du das jetzt gemeint hast. Hm. Spannend. Okay. Wie weit seid ihr jetzt hier? So, IO-Station geht jetzt schon noch schneller. Erweiterte Gefechtsrollen sind jetzt fertig. Super. Ich kann ja mal Orbitalringe erforschen, weil dann wird die Tag für dich nämlich günstiger. Nice. Rücken jetzt von Null, aber ist mir egal. So, wieso sind diese ganzen Bots so groß? Das ist was, wenn man mit so wenig AI spielt. Dann wäre ich das schon erhöht, aber es ist halt immer noch... ...noch mehr machen müssen, ne? Ja, ich spiele immer auf dem Max AI. So, ich kann ja mal gucken. Ich brauche diese bisherige Auslegung, Schiffe nachzubauen. Ah, das ist der Tribut an die Moronerszahlen? Hallo? Ich könnte meine Nahrung haben. Ich meine, du kannst auch ablehnen, dann schick der dir eine Flotte, die du pull-up machen musst. Ja, kein Bock. Hehehe. Hm? Dinozid Empire und ich soll kämpfen? Nee. Hehehe. Oh, ich schaffe dich tatsächlich. mein schiff verloren der schwangere planet ich muss ja auf jeden fall ich habe schon so lange nichts mehr ich habe schon so lange nichts mehr gesagt das ist das schlimm wenn man neue spiele spielen man konnte sich probieren die letzte dhuli weil man hier nichts richtig macht und kapieren tut ich habe jetzt wieder eine neue forschung jetzt verbessere ich gerade wieder meine flotten und ja also kacke wissen wir gar nicht also ich habe hier die ganze zeit eigentlich das spiel zum zweiten mal das game ja also das zweite mal das ist schon viel besser als das erste mal das ich dir zugeguckt habe eigentlich dritte mal oder so ja aber das merkst du es wird immer besser ich meine du gehst ja auch blind in irgendeine forschung rein wo du meinst die sieht gut aus oder sowas du hast halt auch keine ahnung von text in line oder so das mache ich selbst immer noch auch obwohl ich weiß dass es eigentlich noch besser gibt aber das sind diese paradox spiele die sind halt immer so optimierungs optimierungs mäßig ne ich meine es ist kein zwang auf optimierung zu spielen klar aber du wirst halt also ein spieler der optimierung spielt wird immer ein spieler der nicht auf optimierung spielt wenn die gegeneinander spielen würden platt machen sie passiert erbarmungslos das ist das ist schon klar weil das hast du bei cruisela kings ja auch jemand der sich am anfang auf auf verwaltung ausbaut wird sich im longplay immer stärker sein als jemand der auf krieg aus ist weil da hat dann zwar viele viele reich aber der hat halt nicht ausgebaut und dementsprechend seine einnahmen auch sehr niedrig da stimmt wohl deswegen erst vier punkte in verwaltung und dann rüber auf bildung ist standard bei mir mittlerweile genau damit man länger lebt ne ja vor allem wegen der höheren entwicklung also ich mache erst drei punkte in architekt runter zur zentralisierung für den entwicklungsbonus ein punkt in hierfür das druckmittel dir gold geben ja ich weiß was du meinst ich weiß auch worauf du das ist aber ich habe das also bei mir ist das halt so wenn ich so spiele dann macht das eine weile spaß und dann nicht mehr also ich habe jetzt ich habe ich habe dieses spielart habe ich jetzt bei bei cruisela kings bei jetzt delaris mit mit dir jetzt gerade und bei wie heißt dieses spiel mit dem schiff sea of thieves sogar tatsächlich gesehen ne und ich muss halt bei mir sagen irgendwann kommt dann bei mir so der punkt wo ich so ja okay was gibt es noch so für spiele weißt du was ich meine und es gibt halt aber auch so spieler wie dich zum beispiel jetzt die das noch jahrelang danach spielen und sich immer an diesen kleinigkeiten erfreuen wie man das dann noch so ein bisschen machen kann und das ist zum beispiel bei game of gods jetzt zum beispiel was ist denn das ich kann schon wieder ich habe meine flotte gerade verbessert jetzt kann ich die schon wieder verbessern mein gott was ist denn das die materie raketen was ist das denn hier aber das ist es halt ne es macht halt jedem auch so eine bestimmte art äh spaß piratenunterdrückung okay solche so spiele spielen und ich finde ich merke das jetzt halt gerade so ähm ich weiß nicht ob du game of gods gesehen hast hast du das verfolgt dieses event sagt mir jetzt nichts was anderes game of gods ist crusader kings und 40 streamer und spieler die das halt spielen oh ne da konnte ich dich noch nicht und da war ähm und da wurde das eben sehr extrem deutlich ne dass da halt so viele spiele aufeinander getroffen sind die einen unterschiedlichen wert beim spielen haben ne irgendwie ich sag jetzt gar nicht der eine ist richtig oder der andere ist falsch sondern jeder hat halt seinen eigenen seinen eigenen spiel stil so ich fliege jetzt schon mal los ich fliege schon mal nach schismak was habe ich gesagt ich habe es vergessen klang im kopf erstmal sehr sehr clever und sehr sehr erleuchtend für mich selbst und jetzt habe ich es gerade schon wieder vergessen schimmo wonne und schimmo wonne wie war das denn ein relativ nutzlos technologie die fliegende implantate sind aus der normal revolutionär kombination deren basenkapazitäten klingt noch am besten gerade deep space 9 ja ja und zwar zwei mehr aber das ist die fremde flotte achso ja die die das bringt ja gar nichts mehr kritische ressourcen knappheit achso weil ich ein minus bin ne gar nicht flüchtige teilchen exotische gase habe ich zu wenig das wird bestimmt weh tun was denn meine flotte stärker geworden jetzt kommen die da auch wieder an hast du da oben das system was ich frei geräumt habe schon eingenommen ja auch noch nicht schismark hey du hast dann weiter gekämpft oder was militär ja ich hab die platt gemacht wie du hast die platt gemacht haben wir nicht gerade über mein fragiles ego gesprochen musst du nicht einfach hier sagen ja ich weiß mal wir müssen uns beeilen gleich bitte zum kahn und dann kriegt er wahrscheinlich einen boost dann hat er ungefähr 20 flotten mit ungefähr 20 30.000 flottenberg und über rennt hier die halbe galaxie um so viele bemügliche leute zu untertan zu machen ist nicht so schön ne aber die protos haben sie aufgehalten so wird es auf jeden fall in den geschichte büchern stehen mit ein wenig hilfe das wird nicht in den geschichte büchern stehen nein so was ist hier los achso jetzt ziehe ich hier mit meinen flotten irgendwo hin ich weiß nicht brauche ich ja gar nicht mehr jetzt panisch bin ich jetzt schnell nach eiskarpone gereist ja es heißt eiskarpone 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 mein gehirn hat eiskarpone draus gemacht ja ich warte mal eben bis du das System da oben eingenommen hast so klar war ich ja schon dran hey da kann ich gar nicht hinfliegen muss erst mit einer flotte hinfliegen kann das sein ja mit einer flotte hinfliegen ist das für dich grau das ist für mich ja das musst du erst erforschen musst du mit einem Forschungsschiff erstmal rein kann ich nicht Forschungsschiff sagt der Computer sagt nein so äh ja musst du die Haltung ändern von ausweichend auf äh normal so ja unhöflich oh wir haben Streit ja 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 irgendwann hier ein diplomatisches Dilemma ist ja gerade passiert ja von mir aus können wir und die goldene Armada ist endlich auf 10.000 Kampfkraft angestiegen oh du fliegst schon los oh du fliegst schon los ne ne research complete oh wurmlochreisen ich hab hier ne feindliche flotte die meine flotte alleine platt machen könnte theoretisch wie geil wo die Realität erklärt ok ich hab verstanden mir wurde die Realität erklärt ja ja hier macht Pios Nation ein bisschen im Süden Angst ja ja ich weiß noch nicht ob das berechtigt ist so jetzt guck mal dass du das System hier schnell wie möglich einnimmst und holt sich das jetzt nämlich die KI die geht halt jetzt nämlich auch aufbaut so dann bin ich hier fertig ja bitteschön vielleicht mein Dankeschön jetzt soll ich natürlich ups so ja dann alle mal wieder zurück zu den Heimatbeselchen Galathos Armada das war ja kein Problem research complete ah Delta ich kann dich so schön ärgern jetzt wer willst du machen äh ich schick meine Flotte zu dir zu der Sternbar ist die du mir so freundlicherweise ähm überlassen hast mach da ne Söldnernklare hin mit der Kreuzerflotte die ich da oben hab wenn die jetzt jemand anheuert der mit dem Krieg ist dann hast du ein Problem so einer bist du jetzt oder was ein bisschen Spaß und beleidigt vom Sali natürlich na schön ich hab einfach mal 2000 Alois geschenkt gekriegt ach so ups hä ich verkaufe hier die ganze Zeit exotische Gase oder was verstehe ich gar nicht was ist nicht exotische Gase 100 31 knapp an exotischen Gasen aber das kann ja nicht sein ich hab doch welche eingekauft gerade nicht blöd hm du machst Minus ein achso ach deswegen macht er mir hier Stress stimmt ich mach ja Minus ein wie baue ich denn exotische Gase ab äh entweder findest du ein natürliches Vorkommen durch Planetenmerkmale falls du so viel Glück hast da hast du auch ein 0 da hast du auch 0 da hast du 3 auf der auf der Welt ja äh deine Reliktwelt da guck mal dass du da ähm nimmst du da ein bisschen weg ich glaub Mineralien wär das beste du musst 5 Mineralien Distrikte umbauen zu Stadtdistriken Chips Upgraded dann kriege ich die Ressource die Reliktwelt hat Planetenmerkmale da sind unter anderem 2 Mineralien Vorkommen mit bei also von jeder Ressource 2 Vorkommen da halt die Staubteilchen nein 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 oben oben das war ok da hast du deine Planetenhauptstadt übrigens da ist Imperielle Kampagne ne ne ganz unten Liniale Zentralisierung ah ja planetare Hauptstadt und was sagtest du was muss ich jetzt machen ne oben bei Physik anstatt die Plasmabeschleuniger die planetaren Teilchen die ein drüber Teilchen genau die stopp in ok 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 dann kannst du dann gleich schon mal äh die Dingens machen die Staubernte fallen ok so dann erhöhe ich mal mein Handelswert nochmal weiter so so wie haben wir denn hier jetzt und die 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 Wie läuft's, Deltasilie? Ja? Deine Truppe, deine Armee fliegt da durch. Ja, meine Armee ist gerade im Norden. Ich versuche jetzt, Alvani, Cleanseas irgendwie anzureffen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, wenn ich im Süden einen habe, der mich mega anpisst, aber er kommt zumindest nicht so einfach hier durch. So, ich habe hier jetzt auch auf der Bergbauwelt eine verfügbare... Achso, wenn ich die blauen Distrikte baue, kriege ich hier unten gesperrte Gebäudeplätze weg. Das ist richtig. Deswegen auf jedem Planeten gucken, dass du sechs Standdistrikte hast. Hm, weil dann durchgehen... Ja, dann kannst du nämlich mit Tech die restlichen machen und dann hast du, ähm, ja, alle Gebäudeplätze frei. Achso. Jetzt verstehe ich da, ich wäre ja voll clever, weil ich hier, wie mir das mal gesagt wurde, immer die Planeten total spezialisiert habe. Ja, ja, die restlichen Distrikte dann auf möglichst eine Ressource. Guck mal, hier kann ich einen Gastextraktorbrunnen bauen. Ja, und das sorgt dann dafür, dass du dein Gasdefizit loslässt. Achso. Und der hat als Merkmale, hat der jede Ressource zweimal. Also du kannst zweimal diese Gasbunden bauen, zweimal Staubernte fallen und zweimal Kristallminen. Vernetzte Relais. Ja, jetzt hast du nämlich genau die Tech frei, die dich erlaubt, die Staubernte fallen dann jetzt auf dem Planeten auch weiter zu bauen. Nice. Dann musst du jetzt nur noch die Tech für die Kristallminen finden. Die müsste dann im Ingenieursbaum sein. System Survey complete. Research complete. Oh, der hat zwei Forschungsschiffe in einem System. Geht das? Ne, ne? Klar, Forschungsschiffe kannst du so viele reinhauen, wie du willst. In einem System, um zu erforschen? Ja. Dann geht es schneller, ne? Okay, das wusste ich auch noch nicht. Viele Sachen, die ich heute hier gelernt habe, ich hoffe, ich werde sie behalten. Das wird schon. System Survey complete. So, und jetzt, wo ich so supermächtig bin... Was ist hier, warum ich da lachen muss? Du nimmst dich gar nicht selber, du nimmst dich selber gar nicht ernst. Tut mir leid, Leute, aber es ist doch irgendwie... Vielleicht war das hier auch wirklich so ein Endboss hier, ne? Das kann ja sein, aber... Ah, der Kahn ist die Midgame Crisis. Du nimmst dich gar nicht ernst. Das habe ich noch nie gehört, ey. Kristallminen, guck mal. Da habe ich es ja doch schon in die Forschung. Aber dann greife ich doch hier mal den Nachbarn hier an, oder? Wen habe ich denn hier neben mir? Hier wird immer interessant. Hey, Verwüstung will ich nicht. Wir werden unsere Vorkommen übermäßig ausbauen. Wenn damit leben, dass es sogar sei. Construction complete. Und der ist mir... ... ebenbürtig an Flottenstärke, Technologiestufe... ... und überlegen in der Wirtschaft. Wir müssen ihn trotzdem angreifen. Wir brauchen mehr Legierungen und so. Was sind die Golden Armada eigentlich? Schon cooler Name, oder? Für eine Armada. Golden Armada, das ist schon ziemlich cool. Oder? War... Ich bin abgehoben. Ships upgraded. Oder findest du nicht? Abgehoben? Ja, auf jeden Fall. Aber... ... doch nett. Ist doch gut. Das stimmt. Nein, das ist jetzt... Das ist ja nichts gegen dich, aber so insgesamt. Ich hab mir das ja nicht ausgedacht. Aber schon mächtig so. Golden Armada. Ja, das klingt mächtig. Und ich kristigreich. Und dann ist es aber auch schon ziemlich abgehoben. Ja, das stimmt. Ja, da gibt's mir schon recht. So, ich will jetzt mal hier... Oh, die Flotte ist verbessert. Welche Flotte ist verbessert? Na? Die Goldene Armada. Ja, wieso fliegst du denn da jetzt hin? Golden Armada. Guck mal, noch eine Serie draus machen. Aber wie nennen wir sie? Ich habe eine Idee. Wir nennen sie die Goldene Armada. Ja, oder wir nennen sie die... Goldene Armada. Woran man merkt, dass ich... Vielleicht schon an ein Goldene Armada gedacht habe. Resort complete. Ja, ich finde aber Goldene Armada irgendwie... Hertha. Ich verliere hier immer mehr Konsumgüter. Das geht ja nicht. Was machen wir denn da? Ändere die Polizeiwache um. Halle des Urteils. Das sind aber auch martialische Namen hier. Rivalität erklärt. Guck mal. Die haben hier Rivalität erklärt. Meine Nachbarn hier. Und ich will hier die ganze Zeit in Frieden mit denen zusammenleben. Hab schon... Hab schon... Mit meiner goldenen Armada eine Friedensparade. Welcher... Wer hat hier noch Frieden... Äh, Albani, oder was? Äh, die Albani, die... Albani existiert gleich nicht mehr. Wieso, bist du mit an den Armada? Ja, meine Nachconstruction complete. Guck mal neben dir. Boah, da muss ja was schnell sein. Jetzt will ich da auch noch ein bisschen was haben. Willkommen gucken. Äh, Ansprüche stellen. Da ist es. Ach, kann ich gar nicht. Was kann ich denen in den Krieg erklären? Erniedrigung. Das würde ich ja gerne machen. Ach, wo sind die Albani hin? Ich wollte nochmal draufklicken, sind sie weg. Ja, toll. Dann kann ich ja jetzt gar nichts mehr machen. Das wird doch gar nicht. Krieg gegen dich führen. Ich dachte, ich könnte mich jetzt einmal irgendwo auslesen. Wenn ich dir den Krieg erkläre, erkläre ich ihm den Krieg. Und wenn ich ihm den Krieg erkläre, erkläre es ihm dann auch den Krieg. Das gibt's ja nicht. Moment, jetzt will ich mir mein Licht angucken. Hä? Bist du denn jetzt hin? Wollte ich mir dich gerade angucken. Terraforming-Flocken. Willst du es angucken? Ja, Ete. Lister, ich greife mir das ganze Universum. Ist alles unbekannt. Lassen wir ihn erstmal noch in den Glauben. Aber er kriegt schon sein Fett weg. Spionage-Netzwerk. Nein. Bauen wir mal hier... Szene aufschauen. Bauen wir mal hier erstmal... Wow, die sind mir sogar ebenbürtig. Oh, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, Leute. Ja, wird leider noch hart, ne? Ja, weil ich jetzt in die nächste Stufe des Spiels einsteige. Das heißt, mein Gehirn müsste jetzt wieder aufnahmefähig sein. Weil jetzt die ganzen Gase und Pistalle kommen. Und, äh... Äh, endlich die Gas... Endlich die Gasproduktion kann starten, Leute. Hier sind die Dixi-Close. Und, äh... Das brauche ich noch nicht aus. Das brauche ich noch nicht aus. Erstkontakt. Ich brauche den jetzt in Erstkontakt. In Erstkontakt mit irgendjemandem. Das wäre... Jetzt noch. Und wieso musst du mit deiner Rasse, äh, Delta? Ach, wieso musst du da, ähm... Sag mal, ich spiele halt quasi gegen alle. Das ist halt der Bild, den ich hab. Weil du Maschinen bist, oder was? Ja, ich bin halt, äh... Böser, ähm... Spielt Exterminatoren. Genau. Können sie nur Genocid machen. Ja, aber könntest du nicht einfach in deinem Gebiet bleiben? So wie ich? Ja, die ganze Zeit. Aber dann... Geht das nicht, oder was? Nö, dann... Ja, dann kommt der halt nicht weiter. Ja, so wie ich jetzt hier quasi gerade. Was hast du denn für ein Problem? Hat er dir da... Hat er dir das System weggeschnappt, oder was? Gar nichts. Ich komm halt nicht raus wieder. Ich bin halt wieder einge... Wir können ja machen... Also ich kann dir... Doch, du kannst raus. Ich werde dir... Oben die... Du kannst dir einfach gleich den Krieger klären. Dann kannst du da oben... Ich bin da nur durchgelaufen, weil ich die halt vernichten will. Aber dann kannst du mir die Sachen wieder wegnehmen. Ganz direkt. Du kannst da oben rum... Aber warum machst du den denn nicht in Südenplatz? Ähm... Weil ich Faffenstil schon hatte gegen den die ganze Zeit. Oh. Ja, seitdem das mit der Basalisierung war, hat das mega rumgestoppt. Construction complete. Oh, was könnte ich denn... Ich kann meine Regierung reformieren. Was könnte... Das wäre ja geil für mich zum Beispiel. Fried... Friedliche Kultur. Merkmal. so ich habe auch keinen plan mehr was ich jetzt bauen sollte weil bei mir so lange alles in minus geht aber mir fehlen halt generalien konsumgüter werden immer weniger oder kann ich mein hauptfeld verlegen die haben aua gemacht wir müssen schiffe fasst ja mein schiff wird gemacht konsumgüter fehlen dann oder theater legierung macht das doch sinn hier diese sachen hinzubringen was geht mir denn da jetzt auch alles ein bisschen arg construction complete so so Hast du ein L-Tor bei dir oder ein Stern-Tor eigentlich? Ich hab ein L-Tor bei mir Die haben noch so viele Planeten, das ist wirklich eklig Ich hab jetzt letztens... Das ist doch ruhig Alles gut, bist du mir ein bisschen böse? Nein, überhaupt nicht, nein, Quatsch, gar nicht Okay Nein, mach dir mal keine Sache, alles gut Ich weiß nicht, wen ich sonst sehe, ich hätte den Süden, konnte ich grad dich angreifen Nein, nein Und auch wenn ich dich manchmal ein bisschen beleidige, dann ist das nicht ernst gemeint Oder gedanklich verfuche Nein, ich hab das schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein Ich bin eigentlich schon wieder hier in meiner abgekapselten Ecke wieder drin Aber ja, ich sehe auch hier passiert grad irgendwas Ich hab auch schon ein bisschen geguckt, wie ich dem den Krieg erklären kann, der hier noch ist Ich weiß gar nicht, wer das ist Wer ist denn da noch? Und erforscht das System, oder bist du das jetzt? Nee, das ist Pios Das ist die, die du gerade meintest, oder nicht? Passiv, ja Das sind die Alwani immer noch Du musst die halt ausspüren, um zu wissen, was da abgeht Hast du eigentlich mal deinen Wurmloch durchgecheckt? Ob ich das hab? Ja, da war jetzt grad irgendwie eine Flotte durchgekommen Achso, nee, du hast auch Wurmlochtech schon erforscht, oder nicht? Hm, ich grad nicht Und wenn, dann hab ich's vergessen Guck ich nochmal eben Tatsächlich! Wurmlochtech hab ich schon erforscht, Mensch Klar, hab ich doch grad gesagt Wie schon am erforschen dran So, da hab ich's doch Spionage-Netz aufbauen Hab ich das noch nicht? Jetzt sind sie mir ebenbürtig Achso, nee, sind immer Ey, die wurden von dir aber ran Und sind mir immer noch ebenbürtig? Jaaaa, danke, dass ihr mir jetzt den Krieg erklärt Scheiß-Söldner-Enklave, ey Um den her, die Söldner Genau, was hab ich letztens Wieder gesehen, wie einfach das wäre Die Venus zu terraformen Dann bräuchten wir ein paar tausend Jahre Und am besten Unendliche, äh, Energie Meinst du jetzt im Spiel? Nee, in echt Dann bräuchst du einfach nur ein paar Kometen drauf jagen Ja, es wurde halt Schritt für Schritt erklärt, ne Dass du erst, ähm, am besten Wie war das durch? Ähm, warte mal Mal grad hier kurz was mir aussuchen Autokanonen oder Railgun Autokanonen Ähm, ähm, am Ne, das war's nicht Auf jeden Fall soll's einfacher gehen als den Mars Terraformen Und zwar, ähm, musst du erst diese Gase wegkommen, die da sind Und dazu haut man dann, äh, erhitzt man die Temperatur Also man, man packt von der anderen Seite so Spiegel dran Also muss kein fetter Spiegel sein, sondern einfach so Alufolie oder sowas Womit man die Sonnenstrahlen nochmal reflektiert Und, oder so eine Lupe noch davor Und dadurch erhitzt man den Planeten So krass, dass erstmal diese ganzen Gase auf dem Planeten explodieren Und dann muss man die Sonne Dann muss man den Spiegel halt auf die andere Seite so quasi bringen Dass man erstmal die Temperatur runterkühlt Weil dann die ganze, der ganze Planet ja dauerhaft im Brand steht Und man muss auch die Gase, äh, wegbekommen Das weiß ich grad nicht mehr, wie sie das machen wollten Genau, und den Temperatur runterkühlen kann man dann zum Beispiel vom Was haben sie gesagt, der, ähm, der Planet bei Einer der Planeten bei Jupiter, war das glaube ich Neptun Äh, nee, nicht Neptun oder so Hm, weiß ich jetzt grad nicht mehr Auf jeden Fall einer der Monde hat so, hat dreimal so viel Wasser wie die Erde Nur halt gefroren und diese Sachen schießt man dann mit Katapulten Von dem Planeten in der richtigen Umlaufbahn auf die Venus Und da kühlt dann der Planet dadurch wieder ab Gleichzeitig packt man die Sonne wieder weg Es ist mega hart ab Ich schick dir mal das Video davon, es ist absolut krass Aber es ist, äh, es ist einleuchten, wie die es einem erklären, auf jeden Fall Auge ist halt nur, wir werden nie dazu kommen Nö, das, ja, wir werden auf jeden Fall Ja, voll tot Ähm, die Mensch hat verreckt jetzt bald Das ist auf jeden Fall Das auf jeden Fall Bevor wir soweit sind, werden wir uns selbst kniften Ja Oh, ich werde von der Überfallfutter angegriffen Scheiße, ey 28.000 Truppen Lecker Kann man die sich hier irgendwo markieren? Ich will dir ja helfen Ich will dir ja helfen Ey, wir sind aber auch hier Ganz schön runter für dieser Krise, ne? Wir sind bei minus 40 Das alles wird, die alles wird gut, GmbH Ja, wir mögen uns nicht wegen dem Ein-Event Krass, wie ein Event sowas reinhauen dann Da sind's ja Ja, weil die, die ehrenvollen Krieger Ja, beleidigter Gesandter Minus 67,75 Research complete Wird aber besser Wo ist denn die Raiders fliegt? Die fliegt Oh Hier oben Scheiße Die Kelsen, das sind so Gnome oder was? Boah, ich kann ja jetzt auch schon Guck mal, ich habe hier so viel erforscht jetzt schon Guck ich gar nicht mehr hinterher Ja, so ein Forschungsabkommen bringt schon viel Jetzt habe ich, äh Weil du kriegst einen 50%igen Discount für Texte, die ich schon erforscht habe Die du dann erforscht Und Megastrukturen, was ist das? Sind diese Ringe? Ähm, ja Da kannst du deine Orbitalringe zum Beispiel brauchen Oder ist das Hyperrelais hier? Das auch Megastrukturen fasst alles zusammen von, von solchen Großprojekten sag ich mal Ich bin immer noch im Minus mit diesen Gasen Männer, wir brauchen mehr, ihr braucht mehr Speed Gas Genau Guck mal, dass du die Gasjobs priorisierst Reliktwelt Manga Ravana Guck mal, hier kann ich auch ganz viel upgraden, ey Oh ja Forschungsstation ist wichtig, ne? Ja, aber erstmal die, die strategischen Ressourcen Sachen Das ist... Oh, 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 oh Oh, oh, oh Interessant Nee, das ist bei den Arbeitern Du brauchst jetzt, da brauchst du jetzt noch nichts weitermachen Wer ist mir der erste Job? Mir wurde noch ein Kick erklärt Crazy Ach du bist, du bist ein Genozid Empire Das kann einfach mal so passieren Ja, also die werden gebaut Da brauche ich noch einen Gasextraktor wahrscheinlich, ne? Ja Ja Ja, du kannst.. Recept, complete Also einen kannst du noch mal Gasextraktor Ihr brauchtadakiαV ist Pinker Die Staubärte vereint gibt auch Und die Krystalien Nee, keine Hydro-Culturen Nie, nicht, nicht Jónquest Hab ich ne Hydro-Culturen gemacht? Nöh, du brauchst keine Nahrung Brauchst mehr Jeremy's Pinker Brauchstotes gehen nicht gewollt. Du brauchst mehr, genau. Wir brauchen mehr Vespiengas. Du brauchst mehr Vespiengas. Ja, Gas und dann jetzt noch Staubrente vollen Kristallminen da drauf. Du meinst die Kristallsachen, ne? Die brauchen wir auch noch. Irre, oder? Wie sich das zusammenfällt. Wir müssen mehr Pylonen bauen. Wir müssen mehr Pylonen bauen. So, ich will jetzt ihn angreifen hier. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin müde und traurig. Was erobern? Spielautomaten. Obligation beenden. Lass mich in Ruhe. Den will ich überhaupt nicht. So. So, jetzt ist die Flottenstärke erbärmlich. Beziehung verbessern. Auch hier so viele Aloys. Ansprüche stellen. Ach, guck mal, jetzt geht's. Auf einmal. Guck mal, wie schön er mich hier auch wieder abgeschnitten hat. Er ist nämlich noch die Kyrian-Expintat und gibt mir großzügige Beigebiete. Dankeschön. Ich hab dir gesagt, ich will die nur zwar nicht, danach kannst du die haben. Du hast da auch noch das schwarze Loch da, ne? Eroberung, Anspruch, Vasalisierung. Ich will ihn, ne, ich will ihn erobern. Oh. Sind meine Flotte nicht bereit? Keine Ahnung. Aber ich will jetzt doch hier gegen irgendeinen anderen Krieg filmen. So. Ich könnte mich jetzt so hart natzen, weil ich schon drei Kriegen will. Ach da, synetische Kristallanlagen. Zack. Bam. Das ist irgendwas mit der Wirtschaft. Nein. Nein. Nicht die Wirtschaft. Ach, Wissenbiologie. Moment. Ich hab nicht genug Wissen über die Scheiße. Oh, der in die dritte Fraktion ist. Läuft die schon irgendwo durch mich durch? Da ist sie. Da kommen sie lang. Ah, ihr Säcke. Wie viele Truppen habt ihr denn? 13.000. Uh. Ja, Saukahn leeren, du Schwader. Ich würde dir ja gerne. Ach. Kannst halt nicht. So machen. Das ist nicht. Auto Dreadnought. Ist ein Auto Dreadnought gefunden. Hm. Da komme ich aber nicht dran. Research complete. Nein, ich erkläre jemandem den Krieg. Da kommen die 13.000 Truppen. Ja. Happy Birthday. Schlachtschiff habe ich jetzt endlich auch mal. Hier habe ich 10k Flotten. Kann ich die aufhalten? Das ist die große Frage. Ich muss alle Verstärkungstruppen hier runterschicken. Bin ich denn so viel kriegsmüder als die? Wenn die je mehr Forschung haben, was Bering hat, was du so viel Kriegsmüßigkeit kriegst. Ihr müsst euch opfern. Ihr müsst Zeit gewinnen. Er kommt denn hier unten noch Flotte. Oh, das wird hartbrenzlig. Das wird eng. Ja. 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 Äh. Ja. kommen noch mal 13.000 ach du scheiße ach du scheiße ein kleines problemchen ja ich habe ein sehr ein sehr bösen bösen feind frage ist er gebe ich meine flotte hier oben auf um meine armee hier oben zu retten ja auch schon mal schnell schiffen nach so viel wie du kannst nach lobe Ich muss meine Flotte durch dein Gebiet schicken, aber mach dir jetzt nicht die Hosen nass. Diese Endy 12.000er sind, hab ich ein richtiges Problem. Oh ja, jetzt geht die Scheiße ab. Ich würde die einzelnen abfangen. Raffen die das? Was raffen? Ich weiß gerade, was der gewagt ist. Wir raffen es nicht. Das ist gut für dich. Ja, ich habe eine 13.000er Flotte zerstört, weil sie es nicht gerafft haben. Geil. Denken dran, immer schön flattig nachbauen. Du hast nämlich schon wieder sehr lange gewartet, bis zum nächsten Krieg. Ich? Ja. Ja. Ich musste ja. Oh nein, das ist wieder eine 15k Flotte. Wo haben die so viele Flotten her? Die sind ultra stark. Das ist richtig krass. Wer? Ja. Die Petuani, oder wie sie heißen? Ach, die. Ja, die sind im Megakorp. Die haben Geld ohne Ende. Ja. 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 Das merkt man. Da. Das ist doch schon. Das ist ein Mannschaft. Oh mein Mannschaft. Das ist die Gefahr. Die Gefahr ist eingeführt. Ich habe das. Ich habe das nicht gemacht. Die Gefahr reicht nicht. Ah, wieder hat 15k vor den kaputt gemacht. Das krieg ich aber auch nur hin, weil die immer einzeln reinrennen. Oh, scheiße. Nochmal 15k, die da sind. Oh, werde ich das auch gewinnen? Das wird, glaube ich, knapp. Das wird sehr knapp. Ja, aber das verliere ich, oder? Ja, scheiße. Also drei Flotten konnte ich mal kaputt machen, weil letztens gescheitert. Aber gleich kommt die Verstärkung. Was ist denn diese fette Raumstation? Oh. Ja, ja. Nehmt den Palett durch ein. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Pentulani, das Pentulani-ZDF, 2020 Das Pentulani-Kartell, die sind wir nämlich überlegen. Jetzt sind wir bei Aldi ehrfürchtig. So heißt ja unsere Handelsliga jetzt. Aldi? Bei Aldi ehrfürchtig. Was sagen die Fans dazu? Fans dazu? Oh Gott. Oh Gott. So, okay. Verlust an Föderationserfahrung gibt's jetzt hier. Und das sind schon wieder irgendwas Neues. Was muss ich denn gesandten? Was muss ich denn dazu? Dann geben wir die Chinese auf hier und geben wir hier den gesandten. Ja gut, das reicht schon. Wir müssen mit der Kohäsion da oben, die plus 0,20 ist, muss immer ein Plus sein. An Alien Empire has established communications. An Alien Empire has established communications. Ich bin echt müde. Oh Leute, ich bin echt müde. Mal so ein 24 Stunden streamen oder sowas, sag ich mal nee, danke. Das ist auch... Okay, geil. Du bist dabei, ne? Föderation und Senat. Boah, im Senatp hier auch noch. Ich hab auch 24 Stunden Streams gemacht. Ach, hast du mal gestreamt oder was? Naja, mit denen, wo ich gespielt hatte. Ich hab mal geguckt, Stelar Streamer gibt's kaum noch welche. Das ist voll krass. Der größte Deutsche ist Merp, der das noch macht. Aber der spielt ja auch anders. Den mag ich nicht, bei dem weiß ich nie in welchen Auge ich gucken soll. Ja, der schielt so ein bisschen, ne? Das ist jetzt nichts Negatives ihm gegenüber, als er hat, aber... Natürlich nicht. Für mich ist das dann natürlich schwer, so einen Stream zu verfolgen, wenn ich den die ganze Zeit dann angucke und ich nicht weiß, wo ich hingucken soll. Hm. Der arme, ey. Wurde grad beleidigt. Die Nächsten hassen mich. Ja, geil. Ich hasse ihn nicht. Hattest du denn Spaß mit, äh... Mit deiner Fraktion, wie ist es ein bisschen hier? Du kannst ja ja die ganze Zeit Kriege führen. Nein. Hattest du keinen Spaß? Ja, es geht. Also es lieb besser, als tatsächlich mal Singleplayer mit denen. Ich hab' länger überlebt. Ja gut, du hast auch, äh, zwei Grenzleute gehabt, die dir nicht den Krieg erklärt haben, ne? Ganz genau. Weil am besten funktioniert, da sollte tatsächlich jemanden hast, äh, der jetzt sozusagen rogue-service tot ist, also was schwierig und mit dir eine Föderation gründet und so was. Dann kannst du richtig rasieren gehen. Ja gut, Leute, ich würd sagen, äh, wir beenden das hier für heute. Heute oder Wilma? Also wir spielen nochmal. Oder Wilma? Können gerne mal. Diese Partie beenden wir heute. Ich würd sagen, wir machen auf jeden Fall mal irgendwie so ein Föderationsding, also nicht mal Bock drauf. Mhm. Dann spielen wir die Galaktische Föderation. Die... Die Vereinigten Föderation der Planeten. Ja genau, danke. Einer macht die Klingonen, einer der Vulkanier, Andorianer und Mensch. Dann kann man gleich den Mod spielen. Gibt's den auch noch? Der ist ziemlich gut, glaub ich sogar. Aber der ist ziemlich beliebt. Ob der gut ist, weiß ich nicht, aber der ist ziemlich beliebt. Jetzt hat er dir den Krieg erklärt. Ja, natürlich. Die Föderation hat dir den Krieg erklärt. Ja, ich krieg alles zurück. Oh, ich bin natürlich Asi. Ich geh natürlich auf Mathe. Hahahaha. Versuche komplett. Zum Glück hab ich meine Sternenbasis ein bisschen ausgebaut. Aber finde ich nicht, als Asi kannst du ruhig machen. Ich kann das verstehen. Asi, das finde ich jetzt so geil. Ich meine, er muss erstmal an die 20k Sternenbasis vorbeikommen. Oh ja, da bin ich gespannt, wie das ist, wenn du mich jetzt angreifst hier. Warte mal, ich mach meine Flotte mal schneller und dann komm ich da mal hinterher. Bitte? Wir sind eine Föderation. Ich bin auch mit dem Krieg. Ich war doch so ein netter Robo. Ich hab euch nicht was getan. Stimmt, das hast du nicht. Aber ich mach mal auf schnell. Obwohl, eigentlich doch. Also, wenn du mal ganz ehrlich, wenn wir das jetzt nochmal im Revue passieren lassen, dann hast du mich hier ganz schön eingekeilt. Ganz schön kastriert, ja. Das war schon richtig hart. Ja, komm mal her mit deiner Flotte. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Was hast du denn da? 10.000? 10.000er Flotte, okay. Ja, aber wenn jetzt Besshi jetzt kommt von hinten. Ich bin wahrscheinlich nicht mal da. Da ist meine Armee schon tot. Hostile Fleet Detected. Was hat ein Schiff da? Besshi, lass mich ruhig mal kämpfen gehen. Hallo. Ich hab doch noch mal gestern, Marius. Kannst du dann nachher, von mir aus... Er hat mir meine Werft gesorgt und jetzt kann ich nicht mehr vorziehen. Ja, die Raumstation hat mir ganz schön Aura gemacht. Ich glaube, ich prallte sich komplett ab. Ach, krass. Ja, Raumstation sind OP. Okay. Das ist vor allem nur eine Schiffswerft. Da hab ich gar keine Hangars drinne. Wohl die Enden, kommst du noch durch, ne? Ja, die hat keine Waffen. Aber ich guck mal gegen deine Armee dann nicht mehr aus. Also deine wird mich jetzt aber natzen. Vor allem mit der Station dazu. Wo du ja jetzt einfach da... Wenn er dich jetzt nicht da angreift, kannst du da einfach jetzt campen. Weil du hast jetzt gerade so ein Schiffswerft eingenommen. Aber ich kämpel. Spaceporn-Lifepform in Campion. Du darfst mich auch nicht natzen, Beshi. Glaub ich nicht. Na gut. Merkst du eigentlich besser, dass ich von oben angreife? Nur so zur Information. Mit was denn? Hm? 6.000 Mann. Wo kommst du eigentlich jetzt her? Wo hast du denn da jetzt wieder Gebiete her? Ich hatte da oben noch ne Inklage, weißt du doch. Okay. Hustile Fleet Detected. Du hast ja auch hier die... ...humanoide Spitzengpack. Hm? Ich hab das Humanoide Spezegpack genommen, oder? Was... was? Humanoid. Du benutztes Humanoide Spezegpack. Also das Schiff steht da ja nach vorne Ja Oh du bist reingegangen? Was? Hm Oh du gewinnst das Du gewinnst das Das war das gleiche beste was hättest machen können Ich hätte jetzt ein weiter Chef geworden Weiß ich nicht Oh Oder? Nein Versteh ich nicht Warum ich das jetzt nicht Ohne Scheiße ich hab das ganze Spiel Hab ich versucht meine Flotte auszubauen Ich versteh es nicht Also ich blick es nicht Keine Ahnung Versteh ich nicht warum ich deine Flotte rasieren könnte Keine Ahnung Ja gut Mit diesen düsteren Bildern beenden wir den Stream erstmal Ich wünsche euch allen eine gute Nacht Ähm Ich überhaupt grad einer Ich muss mal Ja Ja tatsächlich Wahrscheinlich ihr beide Ja Ja Ich bin drin auf jeden Fall ja Und Ich hab ne Flotte los tatsächlich Also müsst ihr vielleicht meinst du gar nicht tatsächlich Achso okay Ja dann lieber Liebe Zuschauer Ähm Ja dann ne gute Nacht euch Ciao 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 Ciao